Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 456. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Die Frau Alex ist mal wieder da. Machschö. Applaus. Der Herr Basti. Gude und Grüße. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Basti sitzt nicht in der Tonne, der sitzt noch auf Arbeit und weil es ein Ladekabel so kurz ist, sitzt er irgendwo halb unter der Couch, damit dann die Handyverbindung nicht verloren geht. Deswegen die komischen Hintergrundgeräusche, also wundert euch nicht. Das ist alles mit Absicht so. So, bevor wir gleich über die, wie hat Marvin so schön genannt, sieben Punkte Woche sprechen, machen wir natürlich ein bisschen Housekeeping zum Anfang. Und dann bedanken uns, das war das Wort, was ich sagen wollte. Stellvertretend bei dem lieben Thomas, der hat uns nämlich finanziell unterstützt und ist einer von vielen und wir finden das ganz, ganz großartig. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt und dafür sorgt, dass wir Woche für Woche hier uns über die Eintracht freuen, aufregen oder verzweifeln, je nachdem was gerade Sache ist, dann guckt ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Informationen und da findet ihr für den kommenden Cyber Monday, Black Friday, whatever, Gedöns bei Amazon auch einen Affiliate-Link. Dann könnt ihr drüber einkaufen, zahlt nicht mehr und am Ende landet ein bisschen was bei uns in der Kasse und da sind wir sehr dankbar für. So, und jetzt sprechen wir über die Eintracht und Tore in allerletzten Minuten und wir fangen chronologisch natürlich komplett korrekt an mit dem Spiel von der vergangenen Woche, ne, doch vergangene Woche, ich bin total durcheinander da, Donnerstagabend gegen Pireus ohne Philipp Kostic in der Startmannschaft und ohne im Kader, weil war verletzt, aber mit Basti vor Ort. Jetzt erzähl mal, Basti, wie war das denn so vor Ort in Griechenland? War gar nicht so schlimm, wie ich es vermutet hatte, muss ich sagen. Also es ist ja im Vorfeld viel, viel, viel erzählt worden und war ja auch so, dass die Auswärtsfans nur über diese Buskolonne ins Stadion konnten und dafür, muss ich sagen, war es, es war natürlich nervig. Also ich glaube, als Auswärtsfan setzt man das ja schon voraus, dass es unglaublich nervig ist, wenn du dann irgendwie ab, ich sag mal, ab 16 Uhr war es vor Ortszeit, deine Menschenrechte abgibst und dann erst nachts irgendwann wieder rausgelassen wirst. Damit findet man sich ja schon ab, aber es gab jetzt keine unfassbaren Komplikationen, die mich jetzt irgendwie unfassbar wütend gemacht haben, außer, dass die nur einen Eingang offen hatten für diese 1200 Leute plus Impfausweiskontrolle und so weiter. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das alles sehr, sehr lang gedauert hat. Ich war um 16 Uhr am Treffpunkt und um 20 Uhr im Stadion und habe quasi vier Stunden nichts gemacht. Heilige Scheiße, ey, das ist ja brutal. Und ist das auch die Länge, diese zeitliche Länge auf eine sehr genaue Kontrolle zurückzuführen? Oder ist es halt wirklich nur, weil dieses, ähnlich wie es damals bei Lazio war, wirklich nur diese eine kleine Durchgang dann war? Ja, ich glaube, am Anfang waren die Kontrollen noch so ein bisschen motivierter. Aber als die gemerkt haben, dass die mit dem Tempo dafür sorgen würden, dass die letzten erst in zehn Stunden ins Stadion kommen, ging es am Ende dann ein bisschen schneller. Also dann hatte ja auch dann jeder schon seinen Ausweis, seinen Impfpass und seine Eintrittskarte in der Hand. Also dementsprechend schnell ging es dann. Da wurdest du halt abgetastet, da musste es noch ein Drehkreuz. Ja, und wir waren dann ziemlich pünktlich. Zum Spielbeginn waren wir dann im Block. Also, ja, wie ich es schon gesagt habe, man ist ja als Ausweis-Fan sehr, sehr abgehärtet. Deswegen nimmt man das mit so einem Schulterzucken zur Kenntnis. Kann ich verstehen. Aber jetzt mal, du hast ja eben schon gerade gesagt, du hast alles voraus in den Händen gehabt. Aber da überhaupt dran zu kommen, und da spreche ich jetzt gleich auf die Ticketsituation an, das hattest du ja bei 93 schon mal kurz erwähnt, was war denn los mit den Tickets? Denn das gab ja größere Probleme, ne? Ja, tatsächlich. Also, das war der erste Abfuck in einem Sammelsurium von Abfucks von der Lufthansa bis zu irgendwelchen anderen Dingen. Und bis zu Eintracht tatsächlich. Und die will ich hier tatsächlich nicht grüßen, weil Folgendes ist passiert. Wir haben über einen Fanclub, deren Vorsitzender in Köln sitzt, Karten bekommen. Und natürlich, ich bin da nicht nach Köln gefahren, sondern er hat gedacht, hier, weißt du was, eine Woche vorher sind die Karten da, ich schicke euch die paar einschreiben. Ja. So, wer meine Postsituation kennt, weiß klar, das kann niemals gut gehen. Ja, aber du kennst doch deine Postsituation auch, da hättest du doch an der Stelle schon eigentlich sagen müssen, keine gute Idee. Deswegen habe ich es ja nicht mal zu mir schicken lassen, sondern zum Kumpel. Und selbst da hat die Post es halt, und das muss man sich mal vorstellen, du zahlst ja ein Einschreiben genau aus dem Grund, dass es sicher ankommt und so weiter und so weiter dann ziemlich zügig, nicht als normalen Brief, sondern damit du es nachverfolgen kannst und eventuell jedenfalls beschleunigen. Die Post hat es tatsächlich nicht geschafft, innerhalb von einer Woche diese Karten von Köln nach Frankfurt zu bringen. Ich muss sagen, das hätte ich niemals gedacht, weil wenn man, klar, wenn du das an Short Notice machst und denkst, oh, die müssen übermorgen ankommen, dann kann man schon denken, wer weiß, ob es klappt. Aber bei einer Woche, muss ich sagen, hatte ich bis kurz vor Schluss nicht mal im Ansatz das Gefühl, aber die kommen nicht. Naja, die auch nicht. Spätestens montags hast du dann gedacht, naja, die werden spätestens montags nicht da kommen und dann ist ja noch Mittwoch, alles gut. Kam, kam aber nicht, tatsächlich. Und da ich der Letzte war, der geflogen ist von meinen Boys, weil ich ihn noch verurteilt machen musste, ja, wollte ich mich dann halt Mittwochabend treffen, um die Karten abzuholen. Ja, und selbst Mittwochabend waren die noch nicht da, was natürlich eine mittlere Katastrophe war. Und an dem Mittwoch dann schon derjenige, der die Karten empfangen sollte, der Eintracht mal geschrieben hat, hier, sollte der Fall eintreten, dass die Post es tatsächlich nicht schafft, könnt ihr uns da helfen? Und da muss ich sagen, was wir dann von Eintracht so gehört haben, war tatsächlich ein bisschen frech, weil die meinten dann, nö, da können wir eigentlich nichts machen, aber was ist denn los? Dann hat er die Situation erklärt, dann noch eine E-Mail geschrieben und dann haben wir die Situation halt beschrieben, wie sie war und dann meinte die Eintracht so, ja, also wir verstehen auf jeden Fall erstmal nicht, warum die Karten überhaupt noch verschickt werden, also nochmal verschickt werden. Und dann war die Antwort, ah ja, wir wohnen halt nicht alle in der selben Straße, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der unmöglichste Fall, Karten mal rumzuschicken, so. Und es glaube ich auch wahrscheinlich nicht zum ersten Mal passiert, dass Karten irgendwie verloren gehen und man da eventuell was machen kann. Ja, aber es hat die Eintracht nicht für nötig gehalten und hat tatsächlich uns dann einfach alleine gelassen, sag ich mal. Was dann dazu geführt hat, dass wir uns vor Ort noch mehr Karten kaufen mussten, um dann in ein Stadion zu kommen, was mich ein bisschen erschrocken hat, weil ich glaube heutzutage mit diesen ganzen Nummern auf den Karten und mit dem ganzen Namen, die du da angeben musst und so weiter, sollte es ja trotzdem möglich sein, irgendwie, da weiß ich nicht. Uns digitale Tickets zu schicken oder zu sagen, hier, wir sperren die Alten und stellen euch drei neue aus oder irgendwas wird da ja möglich sein. Ja. Scheint nicht der Fall gewesen zu sein, fand ich ein bisschen blöd, weil die einfach ja dann mit dieser flapsigen Antwort, ja, sie verstehen überhaupt nicht, warum die überhaupt nochmal verschickt wurden und es dann tatsächlich hat es stehen lassen. Ja, müssen sie ja auch nicht. Ist das scheißegal. Also was müssen die denn verstehen, warum ihr sie verschickt? Das trägt ja überhaupt nicht zu dem Fall bei. Ich kann die auch verlieren, mein Gott, das kann doch passieren. Ja, ja, also das ist ja genau, das ist ja das Absurde. Also erstmal natürlich, ich finde es ja schon grandios, dass ein Einschreiben von Köln nach Frankfurt eine Woche dauert, da muss man auch die deutsche Post fragen, was eigentlich mit denen los ist. Du kannst, ehrlich gesagt, kannst du mit einem scheiß Liegerad von Frankfurt nach Köln oder von Köln nach Frankfurt fahren und du hast die perfekten Tickets schneller. Also da stelle ich mir die Frage, was da denn los ist. Also es können doch nicht alle Verbindungen kaputt gegangen sein. Also das ist auf der einen Seite absurd, aber dann muss ich natürlich sagen, dass auch hier keine Hilfe angeboten wird, keine Assistenz, ihr habt für die Tickets bezahlt. Das ist natürlich auch, also zumindest sehr unglücklich. Das ist doch kein Drama. Irgendwo werden die doch ein Druckergerät haben oder einem das ausstellen und außerdem, warum passiert das nicht sowieso auf digitalem Wege? Ich würde sagen, war das nicht auch eins der Argumente für diese Mein-Akida-App, dass dann da irgendwie Tickets unterdürfen? Ja, aber da muss man ja dann schützen, die Auswärtskarten, die Auswärtskarten können die ja nichts. Ja, okay, stimmt. Aber die hätten sich ja zumindest mit Olympiakos in Verbindung setzen können, zumindest so tun. Die können ja auch am Ende sagen, wir können nichts für euch machen, weil die zu faul sind, aber dann zu wenigstens so. Sag, wir haben alles probiert, wir haben alles probiert. Hat nicht geklappt. Okay, scheiße. Aber Entschuldige, ich muss jetzt erstmal die Hintergrundinformationen hier genau verstehen. Ist ja die behinderte Antwort. Und dann versteht er die nicht. Also ich kann ihnen da nicht helfen, weil wir verstehen überhaupt nicht, warum die überhaupt nochmal verschicken. Alles klar, tschüss. Ja, gut. Ach du je. Und wisst ihr, wann diese Karten angekommen sind? Jetzt genau. Heute Morgen. Donnerstag Morgen. Nein, tatsächlich am Spieltag eine Stunde vorm Spiel. Wow, ey. Das heißt, wir standen, wir standen in dieser ewigen Schlange vor diesem Eingang und haben dann quasi ein Bild geschickt bekommen, wo eben jene drei Karten drauf abgebildet waren. Habe ich auch gedacht. Sensationell. Vielen Dank, liebe Post. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal, du bist da mit dem Bild von den Karten reingekommen oder hast du vor Ort mal ganz andere Karten gekauft? Nein, nein, nein. Wir haben uns schon morgens neue Karten gekauft. Wie teuer waren die? Boah, das war dann am Ende so ein Mix aus verschiedenen, ich glaube, 160 Euro für drei Karten haben wir dann nochmal bezahlt. Okay, krass. Du hast halt vorher schon die 120 für drei, also insgesamt schmale 270 Euro für drei Also jetzt mal ganz ehrlich. Okay, und gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass die Post, ganz ehrlich, am Ende ist halt auch die Post dafür zuständig, dass die in fucking einschreiben, was mehr Geld kostet als normales, als normaler Brief, dass die auch irgendwie das zuliefern. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Keine Ahnung. Das weiß ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, für den Fall hättest du es versichern. Ich wollte gerade sagen, also im Einschreiben bist du ja nicht versichert. Nee. Im Einschreiben, ich regle dir dann auch nur, damit der Empfänger das sicher kriegt oder was weiß ich, weiß keine Ahnung. Das war halt ein Nachweis, dass es zugestellt wurde, aber mehr halt auch nicht. Ja, du kannst es auch super nachverfolgen, du kriegst ja eine Nummer und dann kannst du quasi in diesem Status immer sehen, dass es nicht bewegt wurde. Ja gut, aber hattest du mindestens die Sicherheit, ohne an den Briefkasten zu gehen, dass es noch nicht da ist. Es hat ja auch einen gewissen Vorteil. Ja, ja. Ja, man muss auch mal die positiven Seiten rausnehmen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Aber gut, ich war ja dann irgendwann im Stadion und da muss ich sagen, die Stimmung war einigermaßen cool. Natürlich war die nach diesem Last-Minute-Show dann sensationell. Also diese After-Game-Stimmung war für mich das Beste seit Corona. So zehn Minuten am Stück, Europas beste Mannschaft gesungen. Die Mannschaft war da, war glücklich. Wir haben den Trapp noch abgefeiert, als er Interviews gegeben hat als Händler. Es war ganz geil, aber ich hatte tatsächlich echt eine anstrengende Woche, dass ich dann nach dem Spiel nur noch essen war und dann direkt ins Bett gefallen bin. Und noch schnell Fußball 2000 gedreht habe und dann war ich einfach im Bett und war einigermaßen zufrieden. Aber, ich muss sagen, ich glaube, den ersten Gedanken, den ich beim Zu-Bett-Gehen hatte, war, naja, also wirklich freuen werde ich mich über dieses Last-Minute-Show und nur bei Bären Fürth geht es. Und jetzt bist du total erfreut. Nein, weil ich das Kleingedruckte nicht gelesen habe und das Kleingedruckte war tatsächlich die Leistung, für die der Sieg zustande gekommen ist. Genau, ich glaube, darüber können wir ja gleich noch sprechen, René. Wollen wir jetzt zu dem Spiel, wollen wir da noch auch drauf eingehen, zu dem Pereus-Spiel oder was ist dein Take? Ich hätte noch ein Zwischentake, so ein ganz anderes Thema, was aber so ein bisschen zu diesem Ding passt, dass der Basti sich über die Eintracht so geärgert hat, weil ich ärgere mich tatsächlich die ganze Zeit schon oder die ganze Saison jetzt schon so latent ständig über die Eintracht. Also zum einen spielen wir ja momentan nicht so den attraktivsten Fußball. Ist uns aufgefallen. Der Hellmann beschwert sich, dass zu wenig Fans ins Stadion kommen. Die tun aber alles dafür, mir wirklich noch die letzten Funken an Motivation zu nehmen, dahin zu gehen. Also einmal dieses Ticketing macht mich wahnsinnig. Also ich muss mich bewerben, ist ja alles Corona, verstehe ich, ich muss mich für mein Ticket bewerben, dann werde ich irgendwann ausgelost, dann darf ich es mir bestellen. Dann sitze ich eine geschlagene Stunde, wenn es reicht, vor diesem fucking PC, kriege eine Fehlermeldung nach der anderen um die Ohren geworfen, bis irgendwann die Plätze, die ich eigentlich haben will, was meine Plätze normal wären, nicht mehr verfügbar sind und ich dann irgendeinen Rotz in den Warenkorb legen kann, der dann hundertmal wieder leer ist und ich es zum zwanzigsten Mal probiere, bis ich dann irgendwann irgendwo wenigstens einen Platz gefunden habe. Dann habe ich mich vor dem Spieltag schon locker eine Stunde bis zwei darüber aufgeregt. Und dann komme ich ins Stadion und denke mir, ah ja geil, hier Deutsche Bankpark jetzt und so. Ich bin nicht so der Bargeld-Johnny, vielleicht kann ich ja hier jetzt endlich mit Karte zahlen. Dann komme ich da hin, sehe ein Kartenzahlungsterminal, hole meine drei, vier Bierchen, lege meine Karte drauf, Fehlermeldung. Dann sagt die Frau, ah, was haben sie denn da für eine Karte? EC-Karte. Ah, das geht nicht. Ganz, ganz, ganz komische Konstellation, dass jemand mit einer EC-Karte kommt. Dann denke ich mir, naja gut, Kreditkarte draufgelegt. Was haben sie denn da für eine Kreditkarte? Ja, Visa. Nee, Mastercard. Das geht nicht. Genau. Du kannst nur mit einer fucking Mastercard zahlen. Warum? Was stimmt denn nicht mit euch? Warum kann ich denn 2021 im Stadion mein Bier nicht mit meiner EC-Karte bezahlen? Dann habe ich mir beim nächsten Mal gedacht, okay Leute, dann leckt mich halt, mache ich dieses blöde Mein-Aquila-Payment, bla 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 und hinterlege dann da meine Kreditkarte und dann zahle ich halt mit eurer Scheiß-App. Nee, da hinterlegst du nicht deine Kreditkarte, da machst du einen neuen Kreditkartenantrag bei der Deutschen Bank für eine Mastercard. Ja. Also ist quasi das Gleiche in grün. So und alles, was mir dann diese ganze neue Catering-Stadion-Blablabla-Dings bringt, ich kann in meinem Blog jetzt ein Rosé trinken. Also wollt ihr mich denn verarschen? Klingt doch gut, so ein Roséchen. Und dann stellt sich ein Hellmann hin und sagt, ich verstehe gar nicht, warum Comedy-Fans denn nicht? Wir sind da los? Nee. Nee. Also da sind nicht viele Argumente im Moment im Lostop für mich, samstags, wenn es regnet und nur fünf Grad ist, meinen Arsch ins Stadion zu bewegen. Naja. Wir haben hier natürlich auch eine ganz andere Situation. Also ich meine, wir haben es ja letzte Woche schon mal skizziert. Ich glaube, als wir in der Folge 40% Eintracht darüber gesprochen haben, dass halt vieles momentan nicht so wirklich attraktiv ist. Das ist natürlich der Fußball auf der einen Seite, der momentan ein bisschen zum Wünschen übrig lässt. Da werden wir ja gleich nochmal auf die Details drauf eingehen. Ergebnistechnisch sieht es dann ja trotzdem dann immer noch okay aus. Aber wie gesagt, das ist ja nicht wunderbar attraktiv. Du hast natürlich auch mit der fehlenden Fanszene ist es für viele Leute weniger attraktiv ins Stadion zu gehen, selbst wenn sie sich nicht zur Fanszene selbst dazuzählen, sind sie aber auch der Atmosphäre, sag ich mal, zuträglich oder empfänglich und das fehlt dann auch weg. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann zusätzlich ist es natürlich auch einfach relativ viel Geld. Ich weiß nicht, natürlich, wenn du deine Dauerkarte jetzt einlöst, dann geht das. Aber für viele Leute, gerade wenn du halt nicht alleine bist oder gerade wenn du einen Abend dann auch dementsprechend trinken gehst und dir das Spiel angucken, ist es relativ viel, insbesondere auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade halt auch mit der Inflation auch ein paar Schwierigkeiten haben und nicht jeder irgendwie unfassbar viel Geld verdient. Also da kommen viele Dinge zusammen. Aber dann macht es mir doch nicht noch extra schwer. Warum kriegen die denn seit Jahrzehnten diesen scheiß Online-Ticket-Verkauf nicht geregelt? Also das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich glaube, du hast die Probleme, hast du, glaube ich, schon so ein bisschen mitskizziert. Das ist halt Corona. Und für die ist, glaube ich, glaube ich, dass das Ticket-System darauf ausgelegt war, dass die das so machen müssen. Gerade in der Zeit, wo die es umstellen wollten in Verbindung mit dieser App. Also ich glaube, da ist dann auch im Endeffekt bei diesen ganzen Schnittstellen zwischen Ticketing und App und Merchandise und App und so, da ist wahrscheinlich tatsächlich nicht alles glatt gelaufen. Ja, was du natürlich auch nicht vergessen darfst. Ich meine, das kennst du, Alex, ja sicherlich auch aus dem Berufsleben. Denn wenn du halt weniger Einnahmen hast, weil du halt irgendwie ohne Zuschauer kalkulieren musst, dann überlegst du dir halt auch, für welche Projekte du jetzt da irgendwie Kohle ausgibst und für welche nicht. Und wenn dann da steht irgendwie, weiß ich nicht, x Millionen für Ticket-System erneuern. Du hast aber irgendwas, was so leidlich funktioniert und du kannst die Kohle nicht ausgeben. Ja, es ist doch einfach nur überlastet. Ja. Da gibt's doch mittlerweile Lösungen für, die auch nicht die Welt kosten. Aber wenn ich nun mal meine Tickets alle stichtags genau um 10 Uhr die Leute auch vor den PC zerre und sage, ab 10 Uhr dürft ihr, ja dann muss ich doch gucken, dass ich wenigstens in der Zeit von um 10 bis um 12, wo der Hauptandrang ist, mal irgendwie dafür sorge, genügend Ressourcen zu haben. Oder ich sage einfach, ja ist mir nicht so, ist mir nicht so wichtig, dann ist es halt so. Ja, aber dann beschwere dich bitte auch nicht, dass weniger Leute ins Stadion kommen. Und wenn ich mit der EC-Karte da oben nicht bald mein Bier bezahlen kann, dann, ach, was ist das denn? Du musst da weiterhin Rosé trinken. Ich verstehe, ich verstehe das auch nicht. Also wer bringt denn bitte Rosé-Wein in, ach, in der Kurve, in Catering und denkt, der hat jetzt... Der Dennis trinkt doch immer Rosé-Wein, ne? Ich trinke Rosé-Wein, okay. Also wenn es nichts anderes gibt, Marvin, dann auch gerne Rosé-Wein, ja. Wenn die Auswahl eng ist, kann man auch schon mal um 5 Uhr mit Haselnuss-Schnaps anfangen. Oh ja, oh ja, oh ja. Liebe Grüße an Timo Werner. Aber Alex, um mal deine Punkte noch mal kurz aufzugreifen. Ich sehe es auch, ich verstehe deine Problematik, ich finde es auch total zum Kotzen, aber man muss natürlich sagen, aber ich bin ja gerne bereit, auch ein bisschen länger zu sein. Es wäre schön, wenn jetzt bei der Auslastung wieder berücksichtigt werden würde, wer hat denn wie eigentlich seinen Platz und was hat er vorher mal gebucht, dass es nicht mehr ganz so chaotisch ist. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch schon so ist, dass du jetzt wieder Anspruch auf deinen Platz hast. Ich habe keinen Plan, wie es jetzt für die neuen und nächsten Spiele ist. Aber im Großen... Du kannst ja auch nicht in den Preiskategorien wechseln. Also ich habe dann einen Kumpel, der zahlt für seine Dauerkarte ein Zwanniger im Jahr mehr, weil er zwei Reihen unter mir sitzt und wir wollten halt halbwegs zusammensitzen. Der kann aber nicht in der billigeren Kategorie sitzen, ich kann nicht in der teureren Kategorie sitzen, also können wir auch keine Tickets zusammen kaufen. Also das ist alles... Ah ja, okay. Mann, Mann, Mann. Und dann ist aber Standardauswahl, ich bin ja auch ein Trottel, ich kenne mich ja mit diesem Internet nicht so aus. Wenn du deine Karte kaufst, ist so ein Dropdown-Menü, ne, und da ist Standardauswahl halt Vollzahler, keine Ahnung, Karte 24 Euro, sag ich jetzt mal. Ja, habe ich halt nicht gecheckt. Ihr musst halt extra nochmal drei Schritte machen, um halt Mitglied, EFC, sonst irgendwas, um deine rabattierten Preise zu bekommen. Also ich habe jetzt die letzten Male auch schön Vollzahler. Dann danken wir dir alle für die Unterstützung der Eintracht. Ja. Vielen Dank. Nein. Auf den Scheiß, hör mal dafür, bitte. Aber Alex, man muss ja wirklich sagen, ich glaube, den Aufwand würden wir doch alle gerne machen. Und wir zahlen auch alle gerne Vollzahler und machen hier, das ist ja das Grundproblem, Basti, du hast es, glaube ich, eben nochmal auch angesprochen, es macht momentan, das Stadionfeeling macht natürlich auch nicht mehr ganz so Spaß, ist momentan einfach noch nicht so da. Also ich muss sagen, ich glaube, das ist das größere Problem, sonst hätten wir trotzdem ausverkauftes Haus, auch wenn diese ganzen Probleme da wären und jeder 5000 Mal auf Refresh und F5, F5, F5 und die Taste brennt schon, um die Tickets zu bekommen. Ich glaube, das wäre dann trotzdem, wenn dieses Gesamtgebilde passen würde, aber das passt einfach nicht. Ja klar, aber es ist halt momentan eh schon unattraktiv. Ja. Und dann kriegst du dann noch so, wenn du schon diesen scheiß steinigen Weg gehst, kommt jemand neben und haut dir noch einen Knüppel als vor das Bein. Ja, ja klar. Aber jetzt hast du doch auch mein Aquila-Account und dadurch auch eine Deutsche Bank-Kreditkarte. Nein, 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 ich habe das abgebrochen, als irgendjemand mit mir ein Video-Chat machen wollte, um diesen Kreditkartenvertrag abzuschließen, da habe ich mir gedacht, ey, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken, ich mache hier keinen Video-Chat. Video-Ident heißt das. Ja, genau. Ich muss einfach betrunken genug vor dem Stadion werden. Hat ja früher auch funktioniert. Ach Mann, aber das nervt doch. Dann komme ich da hoch und dann lächelt mich dieses Rosé-Ding da an. Also, Mann, Mann, Mann. Also, wer die Alex das nächste Mal im Stadion seht, denkt dran, die kann sich da nichts zu trinken kaufen, gebt ihr doch einfach mal so einen kalten Rosé aus. Die freut sich bestimmt. Obwohl, jetzt kommt ja demnächst, kommt ja die Glühweinzeit. Vielleicht tauschen sie ja dann den Rosé gegen Glühwein aus. Das wäre doch auch was. Oder Punsch. Oder heißen Apfelsaft. Also, gebt ihr Alex was zu trinken aus. Musste, hatte nichts mit unserem Thema hier zu tun. Musste, musste mal raus. Genau. So, jetzt wechseln wir wieder von Rosé auf Uso und sprechen nochmal kurz über Pireus. Die Eintracht gerät wieder unnötig früh in Rückstand. Zum Glück war Basti wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon ordnungsgemäß im Stadion und konnte dieses wunderbare Tor von Pireus sehen. Dann packt die Eintracht den Euroleague-Kamada aus. Der darf nach einem genialen Pass von Boreda ein Tor schießen. Und dann geht es am Ende die schwedisch-dänische Gemeinschaft zwischen Lindström und Hoge. Und dann haben wir einen Treffer in der Nachspielzeit. Und dazwischen war viel, ich würde es jetzt mal, uninspirierten, fußballähnliches Ballgespiel nennen. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Marvin? Ja, kann man so nennen. Also, was soll ich dazu sagen? Ich finde, wir sollten das irgendwie in Kombination besprechen, weil das ja natürlich jetzt ein Phänomen ist, was sich über viele Wochen hinweg trägt. Also, es gibt zwei entscheidende, es gibt zwei oder drei entscheidende Dinge, die wir sehen. Wir haben erneut eine spielerische Armut gegen Pireus gesehen. Andererseits haben wir aber auch gesehen, dass die Einstellung der Mannschaft grundsätzlich stimmt. Die Zweikampf-Situation war da, glaube ich, ein bisschen besser. Aber es ist trotzdem nicht so, dass es ausreicht. Das heißt, wir haben größere Defizite immer noch im Zweikampf, wo wir sagen müssen, okay, also das ist schon ein bisschen absurd. Wir sind, wir kommen nicht nur im Zweikampf. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, weil wir waren, selbst wenn im Zweikampf waren wir 40 zu 60, was im Endeffekt zu schwach ist, dann hast du gesehen, dass du auch von der Felddominanz halt wirklich wesentlich schlechter warst. Und das sind genau so Sachen, die sich seit Wochen hinwegziehen. Das haben wir gleich auch gegen Fürth gesehen, darüber können wir auch noch gleich sprechen. Aber, ich muss halt auch sagen, immer wieder die Eintracht kommt zurück und gegen Pireus natürlich in beeindruckender Form, wo ich mich dann auch gefreut habe, mich auch gemerkt habe, ja, ich glaube, Bastian hat vor zwei, drei Wochen hier mal Heuge in den Sturm gefordert. Das wäre tatsächlich mal eine Überlegung, die man vielleicht auch mal weiterdenken sollte, wo man sagen sollte, okay, wir haben aktuell kaum einen Stürmer, der irgendwie zu irgendwas fähig ist und ohne das Böse zu meinen, dann sollte man vielleicht mal andere Wege gehen. Aber es ist halt aber auch schwierig, wenn jemand wie Lindström, der dann eine okaye Partie gemacht hat, in der zweiten Partie dann die Möglichkeit bekommt, das aber nicht bestätigen kann. Natürlich waren da ein paar Schüsse da, werden wir gleich überführt noch sprechen, aber im Endeffekt bleibt es ein bisschen problematisch. Aber ich sage mal so, von der Positionierung her, von den reinen Daten her, was sie jetzt gegen Pireus gemacht haben, war es natürlich Gold wert, weil du bist mit zehn Punkten jetzt ganz sicher in der nächsten Runde. Mal sehen, du musst jetzt, glaube ich, noch ein oder drei Punkte, weiß ich nicht, einen auf jeden Fall, musst du jetzt noch holen, um definitiv auf Platz 1 zu sein. Das heißt, eine Runde sogar auszusetzen, um vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit zu haben, Kraft zu tanken. Das wäre sogar optimal, aber da muss man sagen, rein von den Ergebnissen her, und wir hatten schon öfter Gauner Ergebnisse, da kann man ja schon sagen, Europa League, das war schon ein Erfolg jetzt diese Saison. Ja, ich würde es genauso trennen, ehrlich gesagt. Die Euro League fand ich ja, natürlich war das jetzt spielerisch auch nicht überragend, aber man darf halt da nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat. Und was ich auf jeden Fall positiv fand, war, dass wir die in zwei Spielen einigermaßen im Griff hatten. Ich meine, das ist der griechische Meister, und die Eintracht hat es als Gesamtkonstrukt geschafft, die in Schach zu halten, nicht unfassbar viele Chancen zuzulassen, und dann zumindest das, was sie immer fordern, zumindest nicht alle, aber wenigstens mal einen Konter dann so auszuspielen, dass du dann halt scorst. Das heißt, im Endeffekt war das für mich sogar eigentlich ein Spiel, wo ich sage, okay, das war nicht ideal, aber das ist jetzt auch kein Grund zur absoluten Sorge, sondern das ist halt, du hast halt mal irgendwie Mundabputzen. Das ist so ein typisches Mundabputzen. Gewonnen, Marvin hat es gesagt, wichtige Punkte, du kannst in Europa überwintern, absolut positiv, und ich finde, das steht trotzdem in keinem Verhältnis zu dem, was du dann in der Bundesliga zeigst. Also das ist nicht ähnlich, sondern, ja klar, also dieses Pireos-Spiel würde ich tatsächlich noch akzeptieren, sage ich mal. Zu sagen, okay, natürlich, die sind alle neu, die müssen sich einspielen, bla bla, du hast wieder diese Wechsel, du hast teilweise wieder ohne Stürmer gespielt, selbst als Lammers auf dem Platz war, muss man sagen, haben wir ohne Stürmer gespielt, weil der an dem Tag tatsächlich sich selbst nochmal unterboten hat, aber würde ich akzeptieren, aber ja, die anderen Ausführungen würde ich dann erst machen, wenn wir zum Führspiel kommen, weil ich muss sagen, Pireos war ein Spiel, was mich sowohl von der Stimmung als auch vom Spielverlauf und vom Ergebnis sowieso, ich sage mal jetzt nicht overwhelmed hat, aber zufriedengestellt. Also das war für mich trotzdem so, dass ich dachte, geil, als Einzelereignis okay, aber natürlich kann man das nicht out of context bewerten, weil du halt die Spiele vorher hattest und du hattest dieses Spiel vor der Brust dann, wo du wusstest, okay, hoffentlich kriegen die es da auch gebacken. Ja, und das ist ja genau der Punkt, was ich noch ganz kurz erwähnen wollte. Es ist ja auch, wenn du es jetzt nur in diesem Mini-Kontext betrachtest, ja auch in sofern relevant gewesen, dass du mit Philipp Kostic einen wichtigen Ausfall hattest, der dann nicht ersetzt werden musste. Und das, was wir lustigerweise in zwei Tagen zuvor hier im Podcast gesagt haben, vielleicht wäre es mal eine Überlegung, wenn es eh die Möglichkeit gibt und vielleicht eher angeschlagen ist, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass du mit einem Ersatz für Philipp Kostic mal neue Räume schaffst, mal neue Möglichkeiten gibst. Das war dann der Test. Da hat es sogar funktioniert. Bin trotzdem froh, wenn wir gleich über Fürth sprechen, dass er dann wieder da war. Das war, glaube ich, auch relativ wichtig. Aber ich würde fast sagen, René, lass uns doch gleich zum nächsten Spiel gehen. Ja, dann lass uns über Fürth sprechen, nachdem wir da jetzt schon drüber gesprochen haben. Wie Basti so richtig sagte, ist das ein anderer Kontext, auch wenn das alles so in dieser Serie von nicht großartig überragenden Fußballspielen steht, aber trotzdem nochmal eine komplett andere Hausnummer. Wir haben gespielt gegen den Tabellenletzten, der zehn oder elf Ausfälle vor dem Spiel zu verzeichnen hatte, teilweise durch Verletzungen, teilweise durch Corona-Infektionen, der von den geschossenen Toren her mit die schlechteste Offensive hatte, irgendwie sieben geschossene Tore, davon drei allein durch elf Meter und auch die meisten Tore kassiert. Und trotzdem war das, was wir gezeigt haben, auf dieser spielerischen Armutsskala nochmal irgendwie zwei Stufen unten drunter. Also ich war sehr frustriert während dem Spiel. Ich weiß nicht, Dennis, wie ging es dir so beim Konzept? Also soll ich anfangen? Ja. Also ich muss wirklich sagen, die erste Halbzeit, wow. Also das war wirklich... Komm mal näher. Leute, 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 Leute. Wirklich. Geh mal näher ans Mikro, dann hört man auch mehr. Noch näher? Noch näher. Ja. Noch näher, noch näher, noch näher. Okay. Hört ihr mich jetzt gut? Ja, sehr schön. Sehr gut. Okay. Also erste Halbzeit, Leute, also das war ja eine Frechheit wieder. Das war wirklich nochmal... Du musst natürlich sagen, Fürth war motiviert, Fürth hat alles reingehauen, Fürth hat Mann gegen Mann gestellt und so weiter. Das tut mir uns ja eh oft schwer. Aber uns ist ja gar nichts eingefallen. Erste Halbzeit, das war ja grauenvoll. Und als dann zum Glück Fürth nichts aus ihrer Überlegenheit gemacht hat und das liegt nicht dran, weil die Eintracht so toll gestanden hat oder so genial war oder sonst was, sondern einfach nur, dass Fürth super schlecht ist. Und da haben sie gezeigt, dass sie einfach nichts mit dem Ball vorm Tor anfangen können oder die Bälle, die dann kamen, einfach kläglich dann trotzdem irgendwie vertändelt wurden. Muss man wirklich sagen, die Eintracht zweiter Halbzeit, ja, man hat dann gemerkt, ich glaube so 47, 48 Minuten, dann kamen die ersten Annäherungen. Dann hatten sie mal so 10 Minuten Hochphase, wo einfach ein bisschen Gefahr ausgestrahlt wurde. Trotzdem muss ich sagen, es ist über lange Strecken hinweg, wenn du schaust, dass wir immer, man muss es sehen, es war Fürth, das war der Tabellen 18, der bisher nichts hinbekommen hat. Uns tatsächlich nicht, du hast nicht oft gemerkt dann, dass wir wirklich mega überlegen waren. Sondern wir haben dann Chancen rausgespielt, wir haben auch ein schönes Tor gemacht, ja, alles in Ordnung. Aber das hätte gepasst am Ende, wenn das 1-1 ausgegangen wäre. Und dass wir dann nochmal diese Moral hatten, in der, was war das dann, 94. Minute, diesen genialen Spielzug nochmal zu machen. Indika, der als Innenverteidiger da vorne nochmal in die Szene kommt, den Ball zu verlängern, der über die Linie gedrückt wird von Boré, der vorher auch teilweise nicht wirklich überzeugt hat. Das ist natürlich ein Happy End und eine geile Sache. Und ich hatte es vorhin auch nochmal in den Highlights nochmal mir angeschaut. Das ist schon emotional. Da freue ich mich und denke so, wow, geil. Aber also, wenn du das wirklich sachlich betrachten willst, ist das wirklich grauenvoll wenig gewesen, was die Eintracht da insbesondere in Halbzeit 1 geleistet hat. Das ist wirklich schlimm, schlimm, ja. Ja, ich finde auch, diese erste Halbzeit muss man so ein bisschen trennen, weil wenn man gesondert über diese Halbzeit spricht, dann denkt man, oh Gott, was ist denn da los? Also das ist das, was ich meinte. Klar war Empiräus nicht alles gut, aber Fürth war tatsächlich die schlechteste Halbzeit der ganzen Saison. Und René hat es ja ausgeführt, das ist Fürth. Plus, dass die einen Innenverteidiger haben, denen fehlen vier Stürmer, insgesamt zwölf Leute. Die schrotzen auch nicht vor Selbstbewusstsein. Eigentlich müsstest du selbst, wenn du verunsichert bist und mit ein bisschen Müdigkeit in den Knochen, müsstest du den klar machen hier, wo euch läuft heute gar nichts. Und das hat die Eintracht nicht gemacht. Denn jetzt hat es gesagt, das führt dann nicht für, liegt dann nicht an Eintracht, sondern an Fürth selber. So, und das war eine Halbzeit, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und das hat mich natürlich an Hertha erinnert, an Bochum erinnert. Und es war halt nochmal eine Stufe drunter. Und dann hast du dich halt gefragt, wie kann das sein? Also wie kann das sein? Und dann machst du dich natürlich auf die Suche nach Gründen. Und ich bin ja sowieso die ganze Saison schon, wahrscheinlich habe ich mich auch Zuseiter drin vernaht mittlerweile, aber ehrlich gesagt, wieder ohne Stürmer zu spielen und in der ersten Halbzeit 37 Prozent Ballbesitz zu haben und Fürth mit langen Bällen zu bespielen. Da habe ich mir teilweise gedacht, ja Leute, okay, das kann es nicht sein. Und da will ich jetzt auch mich natürlich nicht zu sehr reinsteigern, aber ich will auch nicht alles schönreden. Und das konntest du in der ersten Halbzeit nicht. Und ich finde, das kann man auch ansprechen, zu sagen, die erste Halbzeit war wahnsinnig schlecht und es kann eigentlich so nicht sein, weil alle Gründe, die du anführen kannst, dass du müde bist, dass du verunsichert bist, alles gut. Aber so musst du trotzdem nicht auftreten, weil ich muss dann sagen, in der zweiten Halbzeit war es dann so, wie du denkst, okay, es war nicht überragend, aber es war quasi den Umständen entsprechend gut. Und die Umstände sind nun mal, dass wir nicht eingespielt sind, dass sehr, sehr viel gewechselt wird, dass wir keinen Stürmer haben. Dabei bleibe ich. Dass Lammers und Hauge 90 Minuten auf der Bank saßen, was ich nicht verstanden habe. Und du hast dann halt trotzdem am Ende mit Moral und Glück natürlich auch noch dieses Spiel gewonnen. Aber ich muss zumindest sagen, die erste Halbzeit hat mich so schockiert, dass mein Jubel beim 1-0 noch nicht allzu euphorisch war. Und beim 2-1 natürlich dann doch aufgrund der Situation. Aber es ist nicht so, dass es... Also ich habe ja bei Pireos Mundabputzen weiter geht es gesagt. Ich weiß nicht, ob man sich nach dem Fürtspiel so leicht den Mundabputzen kann. Also ich kann es zumindest nicht. Vielleicht übertreibe ich da. Aber ich fand es schon krass. Und ich bin froh, dass jetzt erstmal zwei Wochen Pause ist. Und ich hoffe, dass das analysiert wird, auch wenn die meisten jetzt unterwegs sind und vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen. Aber ich sage es mal so. Du wirst dich in den nächsten Wochen nicht darauf verlassen können, ständig in der 90. Minute Tore zu machen, sondern du musst. Und wenn es im Kleinen ist, irgendwie ein Instrumentarium und ein Spielsystem finden, wo du irgendwie eine Sicherheit gewinnst und wirken kannst. Genau, was Marvin bei Twitter die ganze Zeit während dem Spiel geschrieben hat. Du musst es über kleine Aktionen machen. Wenn kleine Dinge funktionieren, kannst du vielleicht immer einen Schritt weiter gehen. Und das war übrigens... Ja, genau. Aber lass mich da mal ganz kurz reingehen, weil das ist ja genau der Punkt, wie die Eintracht dann in der zweiten Halbzeit zum Spiel gefunden hat. Weil sie sich dann wirklich auch ein bisschen auch mehr an diese Kleinigkeiten aufgerieben hat, im positiven Sinne. Wo du dann auch gemerkt hast, dass ab der, ja keine Ahnung, 65. oder so, da habe ich gemerkt, dass die Vierter sind leer. Die sind auch sauer gewesen. Weil ganz ehrlich, wenn ich teilweise lese, Jahre gut, der würde bei Eintracht jetzt mittlerweile eine gute Rolle spielen. Mal mal halblang. Brudi, mal mal halblang. Ui, Gott, oh Gott. Ja, der war in der zweiten, nein, der war in der zweiten Liga. Ich habe den höchsten Respekt davor, dass er überhaupt so zurückgekommen ist, dass in der zweiten Liga alles weggebombt hat. Alles gut. Ich wirklich finde, dass er Kapitän bei Fürth würdig. Aber wie viele Chancen der auch vergeben hat. Und Fürth hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten echt ein gutes Spiel gemacht. Mit den ganzen verletzenden Leveling hat mir super gut gefallen. Da merkst du, dass es zu Recht ein U21-Nationalspieler ist. Und Willems hat, wir haben ihn zu selten in der letzten Zeit bei der Eintracht gesehen, auch ein bemüht gutes Spiel gemacht. Also selbst ein Griesbeck, der passt ja in die Innenverteidigung gar nicht rein und hat trotzdem probiert. Aber trotzdem, die haben so viele Chancen gehabt. Die haben die alle nicht reingemacht. Ja, da waren wirklich mehrere Szenen. Ich kann, ich habe eben schon Leveling gesagt, ein Tillmann, der reingekommen ist, hat das Ding nicht gemacht. Wir haben mehrfach über Rekruter gesprochen. Alle haben sie nicht gemacht. Und dann war es gut, weil du gemerkt hast, dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Frustration mitbekommen hat, der Führte. Und dann war es auch gut, dass du einen richtig guten Wechsel gemacht hast in der 72. mit Rode, der dann als erfahrener Mensch dann wirklich sich ein Herz gefasst hat. Gut, von einem nicht guten Kamada, die Vorbereitung hin zu einem Rode, der das 1-0 gemacht hat. Im Gegensatz zu Bastian, muss ich sagen, habe ich eigentlich schon gedacht, dass es das jetzt war. Aber da wurde ich auch eines Besseren belehrt. Naja, ich muss, glaube ich, nochmal aufklären. Ich habe nicht gedacht, dass da noch was passiert. Aber es war nicht so, dass ich unfassbar laut gejubelt habe, sondern ich stand schon noch ein bisschen unter dem Eindruck dieser ersten Halbzeit und habe gedacht, okay, boah, krass. Und hätte wahrscheinlich noch ein bisschen gebraucht, um mich darüber zu freuen. Aber dann am Ende ist ja sogar noch der Ausgleich gefallen. Und da muss ich sagen, als dieser Ausgleich gefallen ist, habe ich gedacht, wir sehen hier gerade einen Moment, der irgendwie die Zukunft ein bisschen mitbestimmt ist. Und ich habe gedacht, okay, da passiert gerade was, was in irgendeiner Form irgendwelche krasseren Auswirkungen haben wird. Und Gott sei Dank ist es nicht passiert, weil du es dann halt noch gedreht hast und das jetzt dein Spin ist. Aber man muss sagen, ich will nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn ich einfach nicht entführt geworden hätte. Und umso besser ist es, dass es passiert ist. Und man auch dazu sagen muss, dieser Ausgleich hat sich schon angedeutet. Also wir haben schon Minute um Minute immer mehr dafür getan, da auch Fürth wieder, fand ich, ins Spiel zurückzuholen. Ja, ging. Aber eigentlich war Fürth trotzdem fertig. Das größere Problem war, dass du, und das muss man als kritischen Punkt hier immer auch mal ansprechen. Ich weiß, was ich teilweise schon lese, dass mittlerweile, dass man alles in Watte hüllt und dass überhaupt gar nichts mehr Kritisches im Endeffekt dementsprechend gesagt werden kann. Aber Fakt ist schon, dass vor dem 1 zu 1 der Fehler im Wechsel passiert ist, du setzt vor einem potenziell gefährlichen Situation, Standardsituation, wechselst du nicht die Mannschaft aus, was dann dazu führt, dass vor dem Standard dann die Ordnung verloren geht. Also dass du diesen Wechsel vornimmst, dass ein Touré ausgewechselt wird, nachdem er erst eingewechselt wurde. Darüber kann man übrigens auch sprechen. Aber dass du das vor diesem Gegentor machst, das war, ehrlich gesagt, in meinen Augen ein Fehler. Und Ilse Anker kann dafür nichts, dass er diesen Fehler dann da macht, aber der Fehler lag in der mangelnden Struktur, beziehungsweise in der mangelnden Zuordnung, die aufgrund dieser Einwechslung passiert ist. Das finde ich schwierig. Ja, es ist, am Ende ist es so, umso länger wir über dieses Spiel reden, und ich meine, es ist auch wichtig, dass wir es ansprechen. Man muss aber trotzdem sagen, Gott sei Dank sind die noch zurückgekommen. Und das hat mir, ehrlich gesagt... Was für eine beherzten Leistung dann auch noch. Ja, ich meine, das war ja so, du weißt, du hast nur noch zwei Minuten, drei Minuten Zeit und hast gesagt, nee, wir haben keinen Bock, das zu akzeptieren. Und das hat mir echt, zumindest für den Moment, ein bisschen Mut zurückgegeben, zu sagen, ey, die wissen, dass Scheiße läuft, aber die akzeptieren das nicht und lassen die Köpfe hin, sondern die haben noch irgendwie diese intrinsische Motivation zu sagen, ey, irgendwie wollen wir uns dagegen wehren. Ich weiß noch nicht genau, wie, weil ich glaube, dass wir alle weiterhin ratlos sind, was das Hauptproblem in dieser Mannschaft ist. Ich meine, man kann immer viele einzelne Sachen ansprechen. Aber das zu sehen und dann, was Dennis gesagt hat, dieser Jubel, wo alle, alle auf einen Haufen rennen und es so aussieht, als hättest du quasi in der 90. Minute ein Tor für den Aufstieg gemacht oder irgendwas. Ein Kerrentor heult. Ja, genau. Und der hat dann zwei blöde, ein Gedanke. Ja, wobei, da weiß ich gar nicht ganz genau, inwieweit das mit seinem Berater vielleicht auch zu tun hat. Sehr guter Punkt. Also das würde ich jetzt auch ehrlich gesagt aus Respekt vor Kevin Trapp gar nicht anfangen wollen, da was reinzudeprozieren. Nö, aber wie auch immer. Aber wie auch immer. Es war eine emotional aufgeladene Situation und sie hat sich dann entladen. Und ich glaube, das kann man sagen. Genau. Und die Eintracht hat diese Steuer nicht so hingenommen, so von wegen, mein Gott, Scheißsaal, jetzt haben wir sie doch noch gerettet, sondern du hast denen schon gemerkt, dass die auch wissen. Ich meine, was mir wichtig war zu sehen, dass da ein Bewusstsein ist, dass die Dinge da nicht zu funktionieren scheinen, trotzdem irgendwie Mentalität weggemacht werden wollen. Du musst dir dann halt jetzt mal irgendwann überlegen, dass du selber gar nicht mehr in diese Drucksituation kommst, sondern dass du selber wieder Zutrauen hast. Und ich glaube, wir hatten es in den letzten Wochen auch schon mal gesagt, es hängt halt auch ganz, ganz, ganz viel mit der Psyche zusammen zu wissen, okay, es geht, es geht, es geht. Und das müssen die sich langsam, glaube ich, wieder ein bisschen klar machen. Und wenn du dann noch diese offenkundigen Probleme wie kein Stürmer, sehr, sehr viel Rotation, das System ist jetzt ein paar Mal gewechselt, dann kann das auch schnell wieder eine positive Richtung sein. Aber ich will trotzdem genau, was Marvin sagt, man muss aufpassen, dass man da nicht zu unkritisch ist, weil man muss festhalten, bis jetzt läuft es nicht optimal. Und Glasner hat es ja nach dem Spiel auch gesagt und das hat mich dann wieder so ein bisschen zurückgeholt in meine Downer-Phase, weil er meinte, ja, er ist sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und bla bla bla. Und wir können jetzt bis zum Winter nur ganz kleine Schritte machen und können dann erst im Januar wieder trainieren, wo ich gedacht habe, boah, das ist aber noch eine lange Zeit. Also ich habe, da können wir jetzt vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, wie ihr diese Aussage wahrgenommen habt. Also mein Verständnis, ich habe mir vorhin extra nochmal diese Pressekonferenz angehört, weil ich nochmal den exakten Wortlaut haben wollte. Und mein Verständnis... Naja, es ging um nach dem Feldinterview, das meinte ich. Also ich beziehe mich nicht auf die Pressekonferenz. Achso, weil er hat es in der Pressekonferenz auch nochmal aufgegriffen und vielleicht ist da natürlich auch so diese Diskrepanz, dass das eine so direkt nach diesem emotionalen Moment, der natürlich auch für so einen Trainer jetzt vielleicht nicht so komplett losgelöst ist, im Vergleich zu der Pressekonferenz. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und nicht dieses On-Field-Interview, wo aber auch auf diesem Punkt nochmal angesprochen wird. Und mein Verständnis davon ist, dass er sagt, wir können kleine Schritte machen auf diesem Weg zu einem, ich nenne es jetzt mal klasnerischen Spielsystem, weil er ja keine Möglichkeit hat in diesen jetzt Länderspielwochen. Es waren irgendwie 13 Spieler, die jetzt quasi nach dem Abpfiff am Sonntag quasi direkt zum Flughafen in Flieger und ab zur Nationalmannschaft, plus dann ja vier aufeinanderfolgende englische Wochen und dann hast du vor der Winterpause eine einzige Woche, wo du wirklich komplett alle da hast und eine Woche durchtrainieren kannst, sagt, okay, bis wir diesen großen Schritt zum neuen Spielsystem machen können, das schaffen wir erst nach oder mit Beginn der Winterpause. Und bis dahin, so ist mein Verständnis, hat er sich jetzt selbst das Ziel gesetzt zu sagen, wir machen eben diese kleinen Dinge, wir bringen Stabilität rein, um besser zu werden, aber den großen Schritt zur Weiterentwicklung, den machen wir erst dann. So habe ich das verstanden, was ich auch im Rahmen dieser Möglichkeiten für nachvollziehbar halte. Ja, ehrlich gesagt, wenn du es so ausfühlst, wie du machst, dann habe ich auch volles Verständnis und dann würde ich sogar mitgehen. Finde ich sogar gut erklärt, muss ich sagen. Super, super sogar. Und nee, ich meine, auch Glasner hast gut erklärt, nicht nur du, sondern... Ihr beide, ihr habt alles richtig gemacht. Dankeschön. Endlich, danke. Nein, aber... Gelegt großes Loppe an dich und großes Loppe an Glasner. Aber was ich sagen will, ist auf jeden Fall, ich stand vielleicht auch noch zu sehr unter dem Eindruck von dem Spiel und ich meine, mit den Ausführungen, die du gerade super aufgedröselt hast, hat er das ja bestätigt, was ich eigentlich will. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, ich will nicht, dass er stolz auf die Mannschaft ist, wenn die so eine erste Halbzeit liefert. Und ich will, egal wie widrig die Bedingungen sind, und die sind widrig, ich meine, das können wir auch nicht wegdiskutieren. Man darf nicht zu alles sehr in Wasser packen, man darf es aber auch nicht zu schwarz malen. Wir hatten diesen schwierigen Transfersommer, es gibt kein Corona-Geld, du hast eine Mannschaft irgendwie, wo viele Spieler, die sich erst an die Bundesliga gewöhnen müssen, alles geschenkt. Trotzdem musst du, glaube ich, einen Mittelweg finden, dass du nicht so spielst, wie die du führt, weil du dann selber immer wieder in diese Gedankenspiralen fällst. Das merkst du ja auch im Spiel, dann gehen die Köpfe runter, dann kassierst du ein Bochum-Tor, kannst nicht mehr reagieren. Sondern dass quasi dieser Spirit einfach dafür sorgt, dass man ein bisschen besser spielt, um dann eventuell, wie er es gesagt hat, irgendwann mal einen Schritt weiter zu gehen. Aber das heißt nicht, dass die Eintracht jetzt sich darauf ausruhen sollte. Ich glaube, die Eintracht sollte sich diesen Widrigkeiten, die ich gerade beschrieben habe, nicht ausliefern. Und es als gegeben ansehen, dass so eine Halbzeit wie gegen Fürth möglich ist. Weil das sollte, egal was passiert, nicht möglich sein. Weil ganz ehrlich, was soll Fürth denn sagen? Also was sind denn die Widrigkeiten, die die haben, dass die eben nicht so eine Halbzeit spielen? Also ich glaube, die Eintracht ist da gut beraten, sich da jetzt auch nicht blenden zu lassen, weil die halt dreimal in der letzten Minute ein Tor geschlossen haben. Ja, vor allem darauf kannst du dich ja nicht verlassen. Also du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass dieses Mentalitätsding immer zieht, weil sowas nutzt sich schneller ab, wie du gucken kannst. Bei dem On-Field-Interview, Basti, was du angesprochen hast, war auch, glaube ich, die konkrete Sprache nach, greift die Eintracht jetzt wieder Europa an direkt? Und darauf hat natürlich Klaas dann gesagt, stopp, 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 wir können nur kleine Schritte bis zum Winter machen. Ich muss natürlich sagen, fünf respektive sechs Punkte, die es dann bis oben hin sind, wirkt jetzt vielleicht auch gar nicht so groß. Kann einen schnell wieder verleiten. Oh, hier muss man ja nur ein paar Mal gewinnen und gut ist. Aber finde ich sehr gut. René, auch vielen Dank nochmal für die Einordnung, weil die Pressekonferenz tatsächlich hatte ich nicht verfolgt gehabt. Eine schöne Einordnung. Und ich denke und wir hoffen ja alle und am Ende, wenn du wirklich hier regelmäßig deine Punkte holst und wenn es dann so dreckige Siege sind wie gegen Fürth jetzt, spielst du ganz schnell auch wieder oben mit. Das ist einfach so. Du spulst dich halt auch schnell nach oben. Also was auf jeden Fall helfen kann, glaube ich, ist, dass man natürlich, wenn du jetzt anfängst, öfter auch wieder regelmäßiger in die Dreierpunktezone zu kommen. Also ich meine, die Woche jetzt, rein von den Punkten her, war die brutal. Das muss man auch sagen. Also wir haben einen Punkt geholt gegen Leipzig, das war schon gut. Wir haben einen Dreier geholt im Europacup und jetzt den Dreier, den so wichtigen, den wir gefordert haben, beziehungsweise gegen Fürth. Also insofern ist das ja so jetzt, allein von den Ergebnissen ja erstmal gut, das ist ein guter Weg. Und wenn sie das jetzt wirklich schaffen, auch, und wir werden ja nachher noch über den nächsten Gegner sprechen, da wieder da reinzukommen, ich kann mir dann vorstellen, dass die Mannschaft grundsätzlich auch in eine Haltung kommt, wo ihr Sachen wieder leichter fallen. Weil ich glaube schon, das ist ja gerade nicht die optimale Mannschaft, um irgendwie da unten rumzugurken. Das ist ja das, also auch um Abstiegskampf zu spielen. Ich glaube, das hilft dieser Mannschaft auch nicht. Das ist keine Mannschaft, mit der du wunderbar einen guten Abstiegskampf bestreiten kannst. Da sind andere Mannschaften weiter. Das heißt, vielleicht geht das, aber das ist sehr viel vielleicht, wenn sie sich wieder im Mittelfeld einpendeln und dann geht vielleicht mehr von der Hand. Das kann sein, aber da bin ich ja natürlich sehr gespannt, was die Alex da sozusagen hat. Da guckt sie. Alex ist eingeschlafen. Die ist wahrscheinlich gerade aufgestanden, hat sich irgendwie ein Rosé geholt oder sowas. Ne, bin ich tatsächlich nicht. Ich habe aber gerade in der Kicker-App nochmal die Spielstatistiken nachgeschaut zuführt. Oh Gott, das hättest du mal besser nicht gemacht. Vielleicht doch lieber nochmal schnell zwei Kommentare lesen. Vielleicht ist das, also nicht bei uns, unsere Kommentare sind immer super, aber weiß ich nicht, bei anderen. Aber was sagen denn die Spielstatistiken, Frau Alex? Die haben, da haben wir ja jetzt eben auch schon drüber gesprochen, aber die sehen halt im Mittel über die zwei Halbzeiten gar nicht so schlimm aus, weil ich hatte es tatsächlich nur noch im Kopf, wie es im Fernsehen eingeblendet war und da war es nur von der ersten Halbzeit und da war gerade die Zweikampfquote einfach so brutal schlecht. Aber gut, das ist halt auch das, was du auf dem Feld gesehen hast. Aber Alex, da hast du schon recht, also das war die beste, die zweite Halbzeit von der Zweikampfquote war die beste seit fünf, sechs Spielen. Also weil da haben sie ja das Ruder dann wirklich auch rumgerissen. Da hast du gemerkt, dass ein anderer Zug drin ist. Die ganzen anderen Spiele davor war es wirklich wesentlich schlechter. Also insofern, man kann auch daran was Positives sehen und kann sagen, das geht in die richtige Richtung. Ist aber auch der denkbar schwächste Gegner gewesen, den wir wahrscheinlich jetzt auch endgültig ausgenockt haben, weil für die war das halt auch, Basti, du hast glaube ich auch gestern gesagt, für die war das auch so ein Spiel, ich glaube die Sonja Riegel hat es dann getötet, also da sagt immer der Gegner, so wie das Spider-Man-Meme, also wenn wir gegen eine Idee nicht gewinnen, gegen wen gewinnen wir dann? Das war so die Situation, weil die Eintracht waren in keiner richtig guten Verfassung, Fürth war in einer miserablen Verfassung, jetzt hat die Eintracht die Oberhand und gleichzeitig denkt jetzt Fürth, okay, also was soll man denn jetzt überhaupt noch? Und in einem Punkt wird es halt schwierig. Ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, den habe ich auch gemacht, jetzt bis heute und bis jetzt gerade, man darf dieses einzelne Spiel auch glaube ich nicht überbewerten, weil dass du mal eine komplette verholzte Halbzeit hast, das kann halt passieren. Und es kann gerade passieren, wenn du dann aus Pireus kommst, diesen Kraftakt hast da in der 90-Minute, das Tor schießt, bis zum Ende nicht aufgibst, dann spielst du gegen einen motivierten Aufsteiger, der fast so ein bisschen in Anführungszeichen seine letzte Chance kämpft, bla bla bla. Du willst gar nicht überbewerten und Alex hat es ja auch schon gesagt, in der zweiten Halbzeit hat sich das alles wieder ein bisschen ausgeglichen, das heißt im Endeffekt darf man diesen Schock, den diese erste Halbzeit verursacht hat, auch nicht überbewerten. Das viel größere Problem sehe ich in dem, was Marvin gesagt hat, zu sagen, diese kleinen Dinge, diese Sicherheit, diese Mannschaft gewinnen muss, durch leichteres Spiel und dass die auf dem Platz Dinge leichter fallen. Da habe ich eher die Bedenken, weil das hat ja auch mit Blick auf vergangene Spiele halt nicht funktioniert. Das heißt, die Entwicklung ist ja nicht in die Richtung gegangen, wo du sagst, okay, die ist stringent, sondern die ist sehr achterbahnmäßig. Du hast solche Heimspiele wie gegen Piraeus, du bist in Piraeus und Europa League noch anders als Bundesliga. Gleichzeitig muss ich sagen, viele Dinge kannst du bis Winter auch nicht ändern und wir werden bis Winter keinen formstarken Sam Lammers haben, wir werden keinen Patienz hier haben, wir werden einfach keinen Stürmer haben. Du hast es gesehen und egal, Europapokal hin oder her, du hast in allen Spielen gesehen, wo die Eintracht ohne Stürmer spielt, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist, zu Chancen zu kommen und das ist für mich ein Gesamtproblem der ganzen Saison, selbst in den Europa League Spielen. Die Eintracht hat meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob die Statistik das untermauert, aber die Eintracht hat gefühlt so wenige Torchancen wie noch nie. Also es passiert sehr, sehr wenig und das muss irgendwie weg. Du musst vielleicht mit einfachen Mitteln irgendwie zu Chancen kommen, aber das einfachste Mittel, was sie immer hatten, Ball auf Kostic, der macht irgendeine Bewegung, flankt rein, irgendwie was passiert, ob es ein zweiter Ball ist, direkt Abnahme, scheißegal, hast du nicht. Weil die Leute, die in der Mitte sind, sind einfach zu klein, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und dass Indica ständig vorne rumhüpft und ihn verlängert und das dann da irgendwie bei Bore landet, das kann auch nicht quasi der Weisheit letzter Schluss sein. Das heißt, so ein bisschen Sorge bleibt bei mir bestehen, weil es ja gezeigt hat, dass in immer wechselnden Formationen sich nichts rauskristallisiert hat, kein Spielsystem, keine Personalaufstellung, wo ich weiß, okay, das funktioniert auf die und die Weise. Es ist irgendwie, wir wechseln jede Woche den Rechtsverteidiger, weil die sich immer wieder unterbieten. Also es ist einfach wirklich so, dass Problematiken da sind, die du auch durch die Sachen, die Marvin angesprochen hat, kriegst du nicht weg. Du kriegst elementare Dinge nicht weg. Du kannst jetzt nur hoffen, dass uns das Glück holt ist in den letzten Spielen, dass die Mentalität so bleibt und dass du an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Schritt nach vorne machst. Und das ist genau das Wichtige. Sorry, ganz kurz, aber lass mich das mal ausführen, weil genau das ist nämlich genau, wo es weitergeht. Das heißt, du weißt, dass du rein spielerisch jetzt gerade nicht großartig punkten kannst. Du musst es über Mentalität machen. Und genau da komme ich auch wieder auf die kleinen Schritte, Politik der kleinen Schritte zu sprechen, wo du dich an kleinen Dingen aufheben musst, wo du sagen musst, okay, alles klar, den haben wir jetzt gewonnen. Jetzt haben wir die Mühe übergemacht. Jetzt freuen wir uns, jetzt drei Ballgewinne und jetzt zack, 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 jetzt haben wir wenigstens den Angriff mal gut zu Ende gespielt. Sehr gut, Torchance, egal. Jetzt geht es weiter, es geht weiter und dass du auch mit einer anderen Körperlichkeit wieder an die Gegner rangehst. Das hat mir beispielsweise in der zweiten Halbzeit gegen Fürth gut gefallen, wo die robust waren, wo ein Jakic auch mal reingegangen ist, wo aber auch ein Rode, als er eingewechselt wurde, schon eine Körperlichkeit an den Tag gebracht hat, wo ich gedacht habe, geil, auch so eine Mentalität, das musst du jetzt weiter treiben. Du musst jetzt eigentlich diese widerliche Bissigkeit haben und wenn du es darüber dann schaffst, dann glaube ich auch, dass du zumindest das Publikum, weil ganz ehrlich, das ist ja kein Operettenpublikum in Frankfurt zum großen Teil, die klatschen auch, wenn ordentlich gegrätscht wird. Und dann holst du darüber dann die Mannschaft wieder und auch das Team, meine ich. Ehrlich gesagt ist das der erste kleine Schritt, den du machen musst. Ich meine, diese Galligkeit hatte die Eintracht in den ganzen letzten Jahren. Die Eintracht war immer so Atletico light. Die Eintracht hat unter Kovac schon körperlich gespielt, wir waren immer giftig, wir haben den Gegner gestresst und das kannst du auch, wenn du kein System hast. Du kannst giftig sein, du kannst dich im Anlaufen organisieren, das traue ich dieser Mannschaft zu und eigentlich haben wir sogar sehr gute Voraussetzungen, weil wenn du das als Basis hast, dass du mental da bist, dass du giftig bist, dass du für den Gegner unangenehm bist. Wir haben ja Leute, die kicken können und wenn das noch dazukommt und der ein oder andere Moment aufblitzt, wo diese Leute, ich meine ganz im Ernst, Kostic kann kicken, Kamada kann kicken, Bourguet ist immer umtriebig, du hast mit Lindström und Heuge auch welche Leute, die können ja alle Fußball spielen. Wenn du diese Basis schaffst und dann an gewissen Stellen in den entscheidenden Momenten vielleicht dir nicht viele Torchancen erspielst, aber mit dieser spielerischen Klasse dir gute Torchancen erspielst, die du dann in der Summe nutzt, dann kommst du auch so durch den Winter, weil diese Mannschaft, das ist wie gesagt, natürlich Rechtsverteidiger und Sturm ist ein Problem, aber da sind nicht nur Probleme, da sind auch Leute, die kicken können, die das schon gezeigt haben auch, also das ist kein großes Rätsel, die können das, plus Jakic und Bourguet sind wirklich gute Ergänzungen dazu, also es ist ja möglich, vielleicht musst du es einfach wieder so ein bisschen auf ein etwas einfacheres Instrumentarium zurückschrauben. Ja, und Alex, du hast das gesagt. Also ich würde noch einen Schritt fast voranstellen und das ist das Thema Konstanz, weil diese ganze Wechselerei, die bringt uns ja keinen Meter weiter, also wir haben ja jetzt gesehen, auf der rechten Seite haben wir einfach keine ideale Lösung, aber dann nimm doch einfach mal irgendeine, die am wenigsten schlecht ist und bleibt bei der, weil so stellt sich vielleicht auch mal der ein oder andere Automatismus ein und jemand kann sich mal darauf einstellen, wie gerade auf der rechten Seite gespielt wird, mit einem eher defensiv agierenden Durm oder mit jemandem, der nur vorne rumremt wie ein Touré oder dann am Ende wieder jemand, der Kilometer schrubbt wie ein Chandler, dann wird der Barcock ausprobiert, also wir haben ja zig Konstellationen in den letzten Spielen gesehen und das gleiche machen wir ja auch vorne. Also es hat sich nicht rauskristallisiert, dass es mit einem Heuge vorne gut läuft. Also mir hat Lindström zwar mega gut gefallen immer, aber auch das scheint ja nicht die Waffe der Wahl zu sein. Lammers war eigentlich bis jetzt fast immer ein Ausfall, aber dann nimm doch wenigstens mal irgendeine Konstellation und bleib mal, auch wenn es nur zwei Spiele sind dabei. Weil ansonsten kann sich ja keiner mal auf irgendwas einstellen. Ja, aber das hat er ja gemacht. Was war das für ein Spiel? Also wir sind, glaube ich, mit derselben Aufstellung wie in Antwerpen irgendwo angetreten und da hat es auch nicht funktioniert. Ja, leider. Das war nicht so gut. Dennis, du wolltest noch was dazu sagen, ne? Ja, also was für mich bezeichnend ist, ist eigentlich so die Situation, dass jemand, der wirklich kämpft und fightet wie Rode, dann im Endeffekt eigentlich durch so einen Steckpass von Kamada zur Torschance kommt und dann auch noch die Technik hat, den Ball auch schön am Torwart vorbeizulegen. Das ist für mich schon irgendwie bezeichnet, wo ich sage, wie kann das eigentlich sein? Jemand, der Rode war normalerweise nie der Techniker hier, sondern das ist ein Kämpfer, das ist ein Beißer, das ist ein Läufer und er ist ein Sechser. Das ist kein Stürmer und der bringt sich nach vorne hin und macht den entscheidenden Ball. Da siehst du, dass es vielleicht auch dieser Ansatz ist, vielleicht mal über diese Grenze hinaus gucken, wo ist eigentlich der Spieler zu Hause, wo kann er uns helfen, wie bringt er uns weiter? Weil ihr habt es richtig angesprochen, die Moral passt. Was für mir nicht so gefällt ist, dass die Chancen auch, wenn Jarkic und So momentan abziehen, die Dinger gehen meistens entweder in die Abwehr direkt rein oder 500 Meter am Tor vorbei. Das ist schade. Entweder müssen die ein Stückchen weiter nach vorne, also gerade ein So vielleicht auch, der einfach ein paar Meter näher ans Tor ran muss. Ein Jarkic, der dann, ja, lieber muss ich wirklich sagen, ich hätte gerne noch so eine Waffe aus der zweiten Reihe, aber es bringt uns nichts, wenn Jarkic dann abzieht oder in den Mann hineinläuft. Deshalb einfach schauen, wo kann uns wer helfen. Ich hoffe, dass Rode, und da habe ich jetzt heute schon wieder gelesen, dass er schon wieder nicht mittrainiert hat, sondern wieder irgendwo individuell sich wahr macht und ja jetzt auch wieder erst in der 70. kam. Das ist natürlich enttäuschend, aber sowas, ich bin da schon bei Alex, dass ich auch gerne hätte, dass die Spieler ihre Position haben und ein bisschen häufiger. Aber das System an sich ist vielleicht auch so, dass du weg musst von denen, die du immer wieder, du stellst ja trotzdem immer wieder den gleichen dahin, immer wieder den gleichen und immer wieder das und immer wieder das, sondern ich würde wirklich mal mit, Basti, du hast es damals gesagt, Heuge oder Heuge oder wie auch immer wir ihn nennen, hier vorne mit als Spitze, richtige Spitze mit vorne rein, musst du auch dann mal sowas probieren, dass dann sowas auch mal nicht funktioniert, wie auf der rechten Seite ein Barkok. Ja, passiert, ist dann was, was du ja wieder korrigieren kannst. Aber da fehlt mir eigentlich so dieser, nimm die Leistung der Spieler, den Willen der Spieler und probier da was, weil mit Rode hat es ja auch, der funktioniert ja auch, da wurde ja nicht gesagt, bleib bitte auf der 6 und bitte setz dich nicht nach vorne ein, sondern mach die Laufwege, Spiele und dann kommt auch so jemand wie Kamada, der sonst den Rest des Spiels wirklich eher, boh, ei, 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 das war aber nix, dann so ein Steckpass und diese Durchsetzungskraft und die Technik, die wir ja alle von ihm kennen, das ist doch der ideale Schnittstellenspieler und so weiter. Aber er braucht natürlich auch Spiele, die er anspielen kann. Und da muss man einfach gucken, ob es da nicht im Kader auch Positionen gibt, die momentan etwas positionsfremd eingesetzt werden können, das wird mir besser gefallen. So viel dazu, ja. Frau Alex, schnauft. Ja, also eigentlich denkt er ja schon auch in die Richtung. Ich meine, mit Barkok auf der rechten Seite versucht er ja diese eigentlich positionsfremden Sachen schon mit einzubeziehen. Aber also in den letzten zwei, drei Spielen hat er halt auch echt viel probiert. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn er das nicht machen würde, würden wir es auch kritisieren können. Das ist richtig. Das ist richtig. Und dass dann ein Jarkic und ein So dann mal aus der zweiten Reihe abziehen, liegt ja in Teilen dann auch daran, dass sie ja keinen vor sich haben, an denen sie den Ball weitergeben können, weil es ja auch oft genug, oder mir ist es zumindest aufgefallen, in den letzten Spielen oft genug die Situation hatten, dass ein So und ein Jarkic weiter vorne sich aufgehalten haben als ein Bourree und ein Lammers. Und an wen soll sie denn dann bitte den Ball weitergeben, wenn da vorne keiner ist? Also das ist ja dann auch wieder die Problematik. Ihr habt es gerade angesprochen, der Trainer probiert auch viel. Und Marvin, du hattest das vorhin auch schon erwähnt. Touré wurde jetzt zur Halbzeit eingewechselt, kam für einen Durm, der auch nicht so richtig in Zugriff zu dem Spiel am Wochenende hatte und wird dann in der 90. wieder ausgewechselt. Und wie der Trainer ja auch im Nachhinein dann in der Pressekonferenz bestätigt hat, war das jetzt nicht irgendwie, weil er verletzt ist, sondern weil es ihm nicht so wirklich gefallen hat, wie sich Touré dann defensiv aufgehalten und verhalten hat. Alex, du hattest ja gerade eben auch schon gesagt, er hat sich sehr oft nach vorne bewegt, hatte ja auch einen Torschuss, der ja auch, sagen wir mal, zumindest schön anzusehen war und der auch eine gewisse Chance gehabt hätte, vielleicht ein bisschen mehr aufs Tor zu gehen. Ist aber ja schon so ein bisschen Höchststrafe für so einen Spieler in der Halbzeit eingewechselt und dann kurz vor Ende der Spielzeit wieder ausgewechselt zu werden. Oder überdramatisiere ich das jetzt, Marvin? Also nur ganz kurz, das finde ich schwierig. Also ich sage, also mein Take ist dazu, ich finde es schwierig, weil ich ihn nicht so schlecht gesehen habe. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass die Defensivarbeit nicht ganz so gut funktioniert hat bei Touré. Ich muss aber sagen, er war für ein, zwei gefährlichere Situationen, also auch für uns positiv gefährlichere Situationen verantwortlich. Deswegen fand ich das ein bisschen übertrieben, aber ich bin auch sehr auf eure Meinung gespannt, weil ich muss auch sagen, klar, wenn der Trainer das anders bewertet, gerade in der Defensive, so what? Aber für mich war es ein bisschen unverständlich, muss ich sagen. Ich finde es ganz schwierig, weil wir nicht wissen, ob im Spiel irgendwelche Anweisungen von Glasner, von Co-Trainern kamen, die Touré auch gewiesen haben und gesagt haben, hier, Dicker, mach deine Seite zu und er es halt nicht gemacht hat. Weil es gab diese eine Szene, wo Fürth über links, glaube ich, sogar zweimal durchkam, wo er hinterhergelaufen ist. Und am Ende ist klar, dass er derjenige, der das alles zu verantworten hat und der hält sich nicht dran. Macht das nicht, was wir sagen und turnt halt vorne rum, obwohl wir halt irgendwie wahrscheinlich lieber das 1-0 mitnehmen, dann muss er es wahrscheinlich machen. Aber ich hätte mir wahrscheinlich, ich weiß, ich habe zu wenig Informationen, aber eigentlich bin ich bei Marvin, das geht eigentlich nicht. Weil es war jetzt auch nicht so, dass das unfassbar katastrophal war, dass jeder irgendwie da gesessen hat und gedacht, alle wechseln aus und passiert nicht gleich was. Sondern das war vielleicht taktische Natur, das war was, Glasner hat ihm vielleicht was gesagt und hat gesagt, spiel Rechtsverteidiger und der hat halt dann irgendwie ein bisschen rechtes Mittelfeld gespielt und hat da nicht drauf gehört und auch nicht auf Zugrufe, keine Ahnung. Ich bin da echt ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich muss sagen... Aber da was da, was soll, wenn ich ganz kurz reingehe, aber was da halt wichtig ist, Basti, dass du das halt auch intern gut kommunizierst. So, und da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, das hat er bei Tutor zum Beispiel ja geschafft. Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Ja, was Marvin sagt, ist genau das Wichtigste. Ja, weil bei Tutor hat das gut geschafft. Und da will ich auch mal positiv drüber sprechen. Wir können auch mal positiv sagen, dass ein Dika und Tutor, ein Dika mit einem feinen Füßchen gegenführt, einige sehr positive Aktionen gehabt, ein Tutor hat sich wieder gut reingespielt. Wer hätte das gedacht? Also nachdem er komplett außen vor war, dass er dann wieder den Weg zurückgefunden hat. Das müssen auch mal Sachen, in all dieser schwierigen Zeit sind es auch Dinge, die man mal positiv erwähnen kann. Aber wie er halt sagt, es geht um die Kommunikation. Und wenn er das Touré gut verkauft und sagt, hier, ich habe die Offensivaktion gesehen, aber da hast du nicht auf mich gehört und das ist ein Problem, deswegen habe ich dich rausgenommen. Keine Ahnung. Dann muss er das machen. Auch so ein Wechsel von Barkok, der zwischenzeitlich weg war. Dann hat er gespielt und dann war er wieder auf der Tribüne. Auch das muss gut kommuniziert werden. Das weiß ich nicht, ob Glasner das macht, aber das ist wichtig, weil er hat zwar sehr viele mittelmäßige Leute auf der rechten Position, aber eben weil die halt alle nur so 50 Prozent passen, ist er halt auf alle angewiesen im Endeffekt. Meine ich. Alex, denn das war so eure Meinung. Also ich habe Touré auch nicht als den schlechtesten Spieler auf dem Feld gesehen, der abgewatscht werden muss und schleunigst wieder ausgewechselt werden muss. Ich hatte sogar tatsächlich gedacht, das ist verletzungsbedingt, weil als er raus ist, hat er ein bisschen gehinkt. Aber gut, er kann auch einfach komisch gelaufen sein, weil er K.O. war. Ja, also eigentlich hat er mir von den ganzen rechten Optionen in den letzten Tagen echt auch noch am besten gefallen. Das ist ein guter Punkt, Alex. Genau, das wollte ich auch sagen. Eigentlich. Und Marvin, ich glaube, du hast es auch schon erwähnt gehabt. Er hatte ja auch gefährliche Situationen vor. Ich weiß noch, ein Ball, den er wirklich gut angenommen hat, der da natürlich knapp rübergegangen ist. Der ist sowieso offensichtlich besser aus irgendeinem Grund. Irgendwie ist er, ganz ehrlich, der hat doch mehrere gute Szenen schon gehabt, der hat Tore gemacht. Also irgendwie habe ich fast das Gefühl, vielleicht sollten wir den einfach mal nach rechts außen probieren oder irgend sowas. Keine Ahnung, lassen wir das Defensivarbeit mal jemand anderen machen oder so, denn das soll ich wohl nicht unterbrechen. Das ist es. Nein, da hast du völlig recht, Marvin. Nein, man muss natürlich sagen, die Abwehrarbeit, das wissen wir aber auch alle, dass das nicht seine Stärke ist. Ja, Basti, auch ein guter Punkt. Wir wissen nicht, was Glasner ihm kommuniziert hat, was er nicht umgesetzt hat, vielleicht im Großen und Ganzen, aber natürlich schon eine bittere Pille. Und vielleicht braucht er diesen Schuss von Bug und hier, Junge, wenn du dich nicht dran hältst, spielst du eben nur 40 Minuten und gehst dann wieder raus. Das ist, glaube ich, schon ein ganz deutliches Zeichen. Und ich hoffe aber trotzdem darauf, dass wir mit Touré noch viele gute Spiele in der Saison sehen und er jetzt nicht wieder auf Ewigkeiten rausrotiert, weil ich glaube, es ist einer unserer stärksten Rechtsverteidiger, muss ich wirklich, also rechts ist offensivmäßig. Für mich war das tatsächlich auch, also wenn wir jetzt bei der Fünferkette bleiben und müssen wir wahrscheinlich, wenn Lenz noch lange verletzt ist, weil wir keinen Linksverteidiger haben, dann ist tatsächlich für mich Touré immer noch die Wahl Nummer eins auf rechts. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass das, was Marvin gesagt hat, dass das stattgefunden hat. Eine Komplikation, dass Touré sich da auch anpasst, weil am Ende, können wir auch nicht immer alles nur auf Trainer und Verantwortliche schieben. Die Spieler, und gerade wie Touré, der ist jetzt lang genug hier, wir können jetzt dem nicht auch immer wieder neue Zeit geben und sagen, ja, ja, hast ja mal gut gespielt, dann spielst du nochmal. Nee, also Touré ist einer der Spieler, so wie Sow das gemacht hat, der jetzt liefern muss. Also wenn der es diese Saison nicht packt, dann muss man vielleicht sogar dann sagen, da müssen sich die Wege im Sommer trennen, weil dann hast du es hier nicht konstant hinbekommen und dann ist es auch nichts mehr. Dann mach bitte den Weg für jemanden anders frei. Also Touré ist jemand, der sehr, sehr viele Spiele schon für uns gemacht hat und der jetzt langsam auch selber eine Sicherheit erlangen muss, dass er eben nicht mehr diese leichtfüßigen Dinger drin hat, sondern er muss jetzt annehmen, dass er ein Profifußballer ist und das zumindest, wenn er verletzungsfrei bleibt, über einen konstanten Zeitraum zeigt, weil da muss man auch den Spieler ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil dem seine Leistungen sind halt zu schwanken. Der deutet immer genau das an, warum Dennis und ich wollen, dass er spielt. Zeigt aber dann auch natürlich auch teilweise Szenen, wo man sagt, okay, man muss sich gleich wieder rausnehmen. Also das ist dann halt irgendwas und wenn du halt über einen längeren Zeitraum merkst, das klappt nicht, dann musst du halt glaube ich sagen, gut, dann müssen wir das Gehalt und deinen Platz im Kader freimachen machen. Für einen jungen Rechtsverteidiger, der vielleicht irgendwann mal dafür sorgt, dass die Eintracht einen fucking Rechtsverteidiger hat, der funktioniert. Ja. Alles im Winter, wenn das irgendwie möglich ist. Das sind so, das sind halt die beiden Baustellen, Sturm und vielleicht Rechtsverteidigerposition. Ja, aber diese Rechtsverteidigerposition, das ist ja ganz neu, dass das ein Problem ist. Ja. Hätte auch niemand denken können, dass es so ein Problem wird. Hätte ich auch nicht geahnt, dass es dieses Jahr nochmal aufkommt. Ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich glaube, die haben ein bisschen auf Daniel Acosta gehofft, was halt auch ein bisschen, ja zumindest ambitioniert ist. Jeden Monat, jede Woche auf dem Noto gewinnen. Ich weiß nicht, was da die Überlegungen waren, aber wir haben es ja, also diese rechte Seite ist ja tatsächlich schon länger ein Thema, wo man halt denkt, boah, Marvin hat es gerade gesagt, im Winter dann, aber wie viele Winter haben wir schon damit verbracht, genau das zu hoffen und am Ende kam Stefan Illtang. Ohne Scheiß, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Rechtsverteidigersituation gerade so ist wie Corona. Wir denken immer irgendwann, haben wir es und dann kommt es wieder. Ohne Scheiß, was der Rechtsverteidiger der Eintracht ist, ist Corona in der deutschen Bundesregierung, dass sie es andauernd nicht gebacken bekommen, irgendwie eine adäquate Lösung dafür zu finden. Also gewagter Vergleich, aber vielleicht muss man da aber auch mal ein bisschen umdenken. Also ich meine, wenn man doch sieht, dass Touré ein guter, offensiver rechter ist, dann muss ich doch vielleicht eine Lösung finden, wie ich das kompensieren kann, so wie ich es bei Kostic gemacht habe. Also ich meine, Kostic ist auch nicht der geborene Linksverteidiger, aber dann muss halt der Sechser irgendwie ein bisschen mehr mit rausgehen oder ich spiele halt vielleicht mit einem Dreierdefensiven Mittelfeld, damit ich die Außen unterstützen kann. Ja. Das hast du vorne noch weniger Leute. Also ich würde euch gerne mal eine Frage stellen, ich würde euch gerne mal eine Frage stellen, wenn ihr nur einen Wunsch im Winter frei hättet, was wäre das? Stürmer oder Rechtsverteidiger? Ja, das schließt so ein bisschen an meine Überlegung gerade an bei der ganzen Diskussion, weil wir reden ja jetzt hier ja nicht von einem klassischen Rechtsverteidiger, sondern wir reden ja von so einem rechten Flügel-Außen-Flügel-Schienenverteidiger. Ich glaube nämlich, dass die Theorie einfach war, dass diese Umstellung auf dieses klassische Viererkettensystem viel früher greift und dann hättest du tatsächlich einen klassischen Rechtsverteidiger und irgendeinen, der davor agiert und man hat sich deswegen nicht mit dieser Position auseinandergesetzt. Wir haben ja auch nur einen Linksverteidiger, wie soll denn das funktionieren? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Durm als Linksverteidiger gefehlt haben. Ich glaube, wir haben gedacht, ich glaube genau, dass das René sagt, ich glaube, das waren die Überlegungen, weil ich glaube auch, dass zu Glasner, der hat das auch mal irgendwann im Halbsatz gesagt, der hat eigentlich keinen Bock, dass Kostic nach hinten arbeiten muss, sondern hat gesagt, ich will, dass er vorne rum macht. Und ich glaube einfach genau, ich glaube einfach, dass der Plan war, eine Viererkette zu spielen. Und die Eintracht hat vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, dass das nicht die ganze Zeit funktioniert hat und vergisst jetzt, dass das in der Fünferkette auch nicht funktioniert. Also es ist ja nicht so, eigentlich kannst du ja eine Viererkette spielen. Weil am Ende hat es ja gezeigt, die Fünferkette ist jetzt auch nicht dabei seit letztem Schluss. Und die Probleme, die wir hatten mit der Viererkette, die sind mit der Viererkette auch nicht weggegangen. Also am Ende ist es so, wenn du den Kader so geplant hast, und dafür sprechen ja auch übrigens die Verpflichtungen von Heug und Lindström, dass du eigentlich den Plan hattest, 4-4-2 zu spielen mit zwei Außen und zwei Stürmern und zwei Sechshand. So eine flache Vier und fertig. Das machst du jetzt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil die Mannschaft trotzdem unbedingt, diese Fünferkette brauche ich ja keine Ahnung, da ist ja Hütte auch schon dran verzweifelt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das die Antwort darauf ist. Dass man gedacht hat, dass da Costa und Touré solide Rechtsverteidiger sind, nur Rechtsverteidiger, und dass Lenz und Turm die linke Seite machen und dass genau das die Planung ist. Und jetzt stehst du da, Lenz fällt aus, und rechts hast du halt wieder diese Problematik, dass diese Spieler eben kein Äquivalent zu kostig sind. Und ja. Ja, aber dann hättest du ja jetzt immer noch Durm, der auf links spielen könnte, und du hättest noch Chandler, Touré, da Costa als Rechtsverteidiger. Korrekt. Ja, aber ich habe ja gesagt, scheinbar ist irgendwas passiert, dass diese Umstellung stattgefunden hat. Die hat ja teilweise sogar in Spielen stattgefunden. Und diese Fünferkette ist ja jetzt quasi in den letzten Spielen die gewesen. Das Lustige ist ja, vielleicht bedingt sich das gar nicht, aber die denken das jetzt. Vielleicht wurde auch Fünferkette umgestellt, jetzt haben die drei Spiele nicht verloren, und denken, ja, ja, das wird safe an der Fünferkette liegen. Vielleicht liegt es gar nicht an der Fünferkette. Aber die denken das jetzt einfach. Keine Ahnung. Also das ist ja, das weißt du ja nicht. Ja. Schwierig. Ja, ich glaube, da ist vielleicht auch ein bisschen die Angst vorm Experimentieren jetzt, ne? Ja. Du hast nichts, wo du hast keine Zeit, großartig was zu trainieren, und dann sagst du besser, so, ja, wird schon, wird schon. Augen zu und durch. Ich will aber unbedingt auch noch auf Bastis Frage antworten und stürme eindeutig, und zwar einen, der knipst und wirklich vorne eiskalt ist. Das brauchen wir, das wollen wir, und dann können wir es auch mit dem System so schaffen und mit den Spielern und den Leuten, die wir so zur Verfügung haben. Weil, ihr habt es schon richtig angesprochen, wir haben ja zehn Rechtsverteidiger so ungefähr. Und ja, mit einem Touré, der dann vorne und vielleicht ein bisschen zur Seite geschoben, und was weiß ich, keine Ahnung, da geht schon was nach vorne. Im Sturm sehe ich aber wirklich den größten Handlungsbedarf. Du hast gefragt, Basti, ne? Nach, ob Rechtsverteidiger... René hat gefragt, genau. Nee, Basti hat gefragt. René oder Rasti? Ich würde mich der Stürmer-Thematik von Dennis anschließen. Also, wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann nehme ich bitte auch den Stürmer, weil da sehe ich gerade absolut nur die größte Lücke, da ist einfach keiner, der mit den Dingern was macht, mit den Welten. Sehe ich genauso. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ganz ehrlich, wir agieren ja schon die letzten Jahre immer wieder mit dieser Misere auf der rechten Seite, aber im Sturm ist es halt, du bürdest jedem total viel auf. Ein Lame, das würde es mega gut tun, wenn da jemand vor ihm wäre, wo er wüsste, er kann sich noch entwickeln, er kann reinkommen und er hat weniger Druck. Ich glaube, das würde ihm helfen und es wäre halt immens wichtig. Ich weiß, die finanzielle Situation, das ist angespannt, aber ehrlich gesagt, du musst im Sturm einfach jemanden holen. So, und jetzt stelle ich euch noch eine schwierige Frage. Level 2 kommt jetzt, meine lieben Freunde. Ja. Würdet ihr für diesen Stürmer Kamada verkaufen? Uff. Uff. Schwierig. Es kommt ein bisschen drauf an, was du jetzt im Petto hast. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du die Frage ein bisschen anders formulierst und sagst, würdest du Kamada gegen Silver tauschen? Ja. Ja, gut. Aber würdest du Kamada verkaufen, dann kriegst du 10 Millionen und dann eiern wir bis zum Ende der Transferperiode rum und holen für die 10 Millionen dann, Gott, daraus führt? Nein. Nein, nein, nein. Niederleggen. Ja. Das ist eine gute Frage. Also, Dennis, ja, was ich glaube, ich würde es schon machen. Ja, ich glaube, ich würde es schon machen, weil natürlich ist es so, dass Kamada immer wieder Potenzial andeutet und er war sehr wichtig jetzt gegen Fürth, wo du gesehen hast, er war derjenige, der dementsprechend es rausgearbeitet hat zum 1-0 für Rode. Das haben wir gesehen. Also, Kamada ist immer wieder, hat seine Momente, ist aber momentan wesentlich inkonstanter als in den letzten Jahren. Und wenn wir 25 Millionen bekämen, und das war ja so ein bisschen das, was immer so gerüchtet wurde, würde ich es, glaube ich, machen. Aber wirklich nur mit dem klaren Credo, für das Geld wird potenziell, also zumindest für die Hälfte wird dann auch jemand geholt, der uns gleich, möglichst gleich helfen kann, was schwierig genug ist. Ja, aber ist das... Dass du was in Aussicht hast, ne? Und nicht am Ende stehst du ohne Stürmer und ohne Kamada da. Ja, aber ist das... Wenn er jetzt einfach nur rauswerfen soll, also dafür ist er zu gut? Nee, 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 nee. Das war jetzt nicht so, dass ich Kamada weghaben will. Es war nur, dass ich so überlegt habe, wo ist ein werthaltiger Spieler, auf den wir, weil wir halt ähnliche Typen haben, verzichten könnten. Und ich glaube tatsächlich, dass Kamada derjenige ist, den du mit Heuge und Lindström eventuell ersetzen könntest. Ja, aber nicht in dieser Saison. Also ich hätte da ernsthaft... Also ich glaube, Lindström, die Dauer brauchen nicht mehr lange. Ich bin ein Lindström-Fan. Ja, ist ja alles gut und ich halte es auch für sinnvoll, dass Lindström spielt. Ich meine, immerhin haben wir für den sieben Millionen auf den Tisch gelegt. Aber... Ja, aber der gehört uns wenigstens, ne? Also der hat mal noch Zeit. Die anderen sind ja alle nächste Saison wahrscheinlich wieder weg. Aber Kamada ist halt auch... Ja, er hat auch immer wieder diese Momente und ich habe ja selbst auch lang genug auf Kamada geschimpft, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, wie viele Scorer-Punkte er im letzten Jahr geliefert hat. Mega wichtig. Und wahrscheinlich viele Assists. Und dann hast du einen Stürmer da vorne stehen, der dann endlich mal in der Lage ist, Bälle zu verarbeiten und dann hast du halt keinen, der ihm die Bälle liefert, weil Kostic hat permanent... Ja, aber der hat auch permanent drei Leute auf dem Fuß stehen. Da kommt Jakic und tritt die weg. Ich glaube aber tatsächlich, dass du auch mit einem offensiveren So und vielleicht einem Rode, wenn er endlich mal wieder spielen könnte, das schon auch auffangen könntest. Ja, kannst du dich drauf verlassen, dass Rode viel spielt und musst du nicht dann immer wieder permanent so nach hinten ziehen und hast dann wieder das Thema, dass du permanent irgendwie zwischen zwei Systemen hin und her ballerst? Ja, das schon. Aber so ist der Druck auf Lindström und Hauge jetzt nicht so enorm, wie du jetzt sagst. Das sind jetzt hier unsere Startelf-Spieler, die unbedingt immer spielen müssen. Ich hoffe, ich hoffe drauf natürlich, dass es sowas ist und ich hoffe auch, dass Kamada einfach bleibt und wir trotzdem ein paar Euros haben, um vorne noch einen Stürmer zu kaufen. Weil das Risiko, denke ich, muss man einfach gehen, dass eine Investition hier vorne rein nur, ich sag mal, Eigenkapital gebildet, um es wieder auszugeben, wenn du Kamada verkaufst. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir, wenn du noch irgendwelche Ambitionen nach vorne haben willst. Um drin zu bleiben, kann das auch so funktionieren mit einem 0815-Typi vorne drin. Wenn du aber wirklich noch was machen willst, dann brauchst du ja auch jemanden, der Qualität hat, der sofort nicht, der für, was weiß ich, in der Rückrunde nochmal zehn Tore macht, mindestens. Das ist schon was, das lassen sich die Leute auch gut bezahlen. Man muss gucken. Ich verstehe, Basti, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel hier. Du hast ja gesagt, zweites Level. Nein, es ist super, super kompliziert. Und ich muss auch wirklich sagen, bringt uns jemand wie Kamada nicht dann doch vielleicht diese Flexibilität, die wir manchmal brauchen, wie jetzt eben diese Steckpässe, diese, ja, am Ende dann doch auch den Stürmer vorne noch ein bisschen ins Bild zu rücken. Es ist schon so was. Wir haben drüber gesprochen. Kostic, wenn der zugestellt ist, wenn der einen schlechten Tag ist, geht gar nichts. Dann hoffen wir ja immer drauf, dass Kamada zumindest mal zündet. Wenn der dann noch fällt, dann müssen wir hoffen, das Lindström. Und das ist mir ein bisschen zu viel hoffen, hoffen, hoffen. Eigentlich muss es im Endeffekt mit einigermaßen Qualität vorne noch besetzt werden. Das heißt, ihr wollt aber auf jeden Fall einen fertigen Stürmer haben? Also einen gekauft? Ja, also, ja. Was ist denn, was ist denn mit so Optionen, wie, was jetzt mal gerüchtet wurde, Moukoko von Dortmund, ne? Der junge Brauchspielpraxist? Nein, der Moukoko, der geht doch nicht zur Eintracht. Also, ich glaube, der, ich glaube, das kriegen wir gar nicht hin. Also, das für ein halbes Jahr... Für eine Leih für ein halbes Jahr? Nee, ehrlich gesagt, nee. Ja, aber dann bist du ja wieder nicht schlauer. Also, ich finde auch, was die Idealsituation, wenn du Mouani holst, den im Sommer sowieso wahrscheinlich holen willst, und wenn du den einfach vorher holst und dem ein bisschen Geld gibst, ja. Zumindest, und Marvin hat das Wichtiges gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt einen brauchen, auf dem, wo wir sagen, okay, wir nehmen die Last von Lammers weg und geben sie komplett jemand anders, sondern, dass sich das einfach verteilt. Weil wer sagt denn, dass Lammers nicht eventuell noch zündet? Weil das Ding ist, bei Lammers, klar sieht es jetzt momentan überhaupt nicht so aus, als wenn der nochmal irgendwann in seinem Leben in die Spur kommt. Aber eigentlich ist genau das, was uns die Hoffnung machen sollte. Weil wenn er so gespielt hätte, sein ganzes Leben, wie er da spielt, dann wäre der nicht mal in die Nähe von einem Fußballplatz gekommen. Das heißt, am Ende, am Ende muss es ja andere Gründe haben, die eventuell sich auch im mentalen Bereich abspielen oder in der Spielpraxis sind oder, oder, oder. Und ganz ehrlich, das Tor, was Lammers in Wolfsburg gemacht hat, überragend. Das war schon geil. Und so, also am Ende ist es so, dass ich eigentlich im Sturm nur die Verantwortung gerne auf eine weitere Schulter verteilen wollen würde, die aber natürlich dann auch, wie du es bei Lindstrom gesagt hast, Alex, uns gehört. Also ich habe keinen Bock jetzt für irgendwie für Dortmund dafür zu sorgen, dass Moukoko sich hier in Form schießt und dann haut er wieder ab. Was ist denn mit Ache? Geht da was? Also ich glaube tatsächlich, Schwierig. Ich will den Stab nicht über ihn brechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bundesligaspieler ist, das zu gut wäre. Ich würde ganz ehrlich sagen, es glaube ich sehr wichtig ist, dass man im Winter mal eine Option findet, um ihn öfter spielen zu lassen. Ich glaube, eine Ausleihe in die zweite Liga könnte wichtig sein, auch damit er wieder Spielpraxis bekommt. Hat einen schwierigen Start. Ja, aber man hat sich ja explizit dagegen entschieden, weil er bei ihm gesehen hat, dass er am nächsten dran ist. Ja, aber du hast... Nein, aber lass mich mal kurz aufzeigen. Die Sache ist ja doch auch, du hast ihn dagegen entschieden, aber du hast ihm gleichzeitig die Freigabe gegeben, nach Japan zu gehen, zu Olympia, wo er einen Teil der Vorbereitung verpasst hat. Also so wichtig war das dann nicht. Du hast ihm die Möglichkeit gegeben, bei Olympia da zu sein. Das war er auch präsent. Das fand ich auch gut. Er hat gute Spiele gemacht. Dann war er aber auch zwischenzeitlich verletzt, ist Schwierig reingekommen, wurde dann aber auch nicht für Europa nominiert. Also das heißt, du kannst es schon einigermaßen einschätzen. Die Frage ist halt jetzt, können wir jemanden holen? Wenn wir jemanden holen, würde ich ihm auch die Möglichkeit geben, nochmal ein halbes Jahr zu tanken, Erfolge zu tanken, Tore zu machen, weil ich glaube schon, dass da Perspektive da ist. Aber ich glaube, momentan hat er Schwierigkeiten, weil auch der Druck sehr groß ist. Und du tust momentan keinem der Stürmer, die nicht total viel gewachsen sind, einen Vorteil oder einen Gefallen, dass du sie reinbringst. Ich glaube, jeder hat gerade genug Probleme. Ein Achal Probleme, weil er wieder rankommt. Ein Lammers, wenn der weiß, okay, da vorne ist jemand, das funktioniert, und dann kann ich mich einwechseln, und dann kommt der auch, glaube ich, wieder. Aber diese Situation ist gerade schwierig und sobald diese Situation nicht gelöst würde, tut man Achal, glaube ich, auch keinen Gefallen. Ist das Potenzial da? Andererseits muss man auch sagen, das braucht wirklich noch eine Weile, glaube ich. Ja, schwierig. Ich wüsste es auch nicht. Basti, hast du noch eine Stufe 3? Ne, ich will euch nicht überfordern. Machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche? Ne, tatsächlich sind das halt die einzigen Gedankenspiele, die ich bezüglich dessen habe, aber am Ende ist jetzt auch erstmal Ruhe, Länderspiel-Fause, wir müssen jetzt mal gucken, dass alle wieder ein bisschen durchatmen, glaube ich, und für die restlichen Spieler ist es eh keine Option. Also es ist tatsächlich jetzt so, dass man denkt, okay, welche Optionen sind da? Manche sehe ich als keine. Lammers ist für mich noch nicht gegessen, die Geschichte, muss ich sagen. Aber Achal für mich, ehrlich gesagt schon, also da habe ich von Anfang an nicht viel gesehen. Lass mich aber natürlich auch da gerne eines Besseren belehren. Wir haben noch eine Hörerfrage letzte Woche geschickt bekommen vom Steffen. Die passt so ein bisschen in dieses Thema mit mal reinwerfen, Chancen geben und eventuell Transfers. Er hat uns nämlich gefragt, wie wir zu dem Thema Planko stehen, ob wir den eventuell mal reinwerfen würden, weil er könnte es halt auch nicht ertragen, wenn wir am Ende den im Winter ziehen lassen müssen, weil es ja schon eigentlich ein gutes Talent ist. Woher wissen wir das denn? Ja, das wäre jetzt genau meine Frage dazu gewesen. Bislang haben wir, glaube ich, wenig Beleg, weil er halt auch noch nichts wirklich gezeigt hat, außer mal irgendwo in einem Testspiel. Wir wissen nur vom Papier her, dass das ein großes Talent sein soll. So. Also ich muss mich da ausklinken aus der Diskussion, weil ich habe viel zu wenig Informationen, um da eine fundierte Meinung abzugeben. Ich muss leider sagen, also ich habe ja auch zwei Spiele mir angeguckt und bei dem einen war das in Ordnung, bei dem einen da dann auch getroffen. Ansonsten war das nicht so grandios und ich habe da ein bisschen was gelesen und ich muss leider sagen, was ich gelesen habe, reicht, glaube ich, noch nicht aus, da auf der einen Seite, damit ich mir ein fundiertes Urteil bilden kann. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es schwierig wird, jetzt da ranzukommen, was ich von Kollegen weiß, die öfter da sind, die sagen auch, der hat noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, das ist natürlich ein Talent, dass man darüber nachdenken sollte, dass er weiter, schneller in den Kreis, auch im Training vielleicht kommt, dass man ihm gar nicht überhaupt diese Zeit gibt, dass er nur bei der Eintracht U19 ist, sondern dass er regelmäßiger bei der Eintracht im Training dabei ist, gerade wenn es ein paar Verletzte gibt und dass man ihn mal auf die Bank setzt und vielleicht mal einwechselt, das würde ich auch mal cool finden, wenn wir wieder im Tabellenmittelfeld unterwegs sind und vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Ich warne nur davor, auch hier bei dieser Personalie zu viel auf jemanden zu setzen, bei dem wir nicht genau wissen, was sein Leistungsvermögen ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das war von Eintracht auch ein Fehler, ganz kurz, sorry. Als diese drei Spanier darauf verpflichtet wurden, also es war unter anderem er, er war das da von und dann wurde noch zwei weitere verpflichtet. Dass das so offensiv kommuniziert wurde, dass, glaube ich, Holzer sich sogar auch dann geäußert hat, wie froh man ist, dass man so ein Talent bekommt und bla bla. Damit hat man dem Spiel auch keinen Gefallen getan, weil genau diese Diskussion nur deswegen aufkommen. Hätte die Eintracht für die U19 irgendeinen 17-Jährigen geholt, dann hätten wir im Leben nicht über den nachgedacht. Also es ist einfach so und vielleicht bin ich da zu naiv, aber ich glaube, wenn er eine ernsthafte Option wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass die den extra draußen lassen oder den vergessen, sondern dass es da Gründe geben wird. Also ich hoffe es sehr, sollte es nicht so sein, entschuldige ich mich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Glasner da steht und sagt, boah, ist der geil, aber nee, den darfst nicht spielen, damit du wirst die U-Fräsche. Und ich kriege das ja bei Fußball 2000 auch in den Kommentaren mit. Es ist immer so, wenn es nicht läuft, wird nach denen geschrien, die nicht da sind. Und dann lese ich immer Ache und Blanco, Ache und Blanco, Ache und Blanco. Alleine eine Garantie, dass das besser ist, ist es halt auch nicht da. Und wenn Leute, die ihr Geld damit verdienen, Fußballmeisterschaften zu trainieren, denken, das reicht noch nicht. Und Marvin hat ja gesagt, dass das nicht nur der Trainer wahrscheinlich so sieht, sondern auch viele Leute, die oft beim Training sind, dann muss ich das leider akzeptieren, auch wenn ich natürlich so geil finden würde, wenn der nächste Woche plötzlich auf der rechten Seite rumwirbelt und einen Gegner nach Mann an aussteigen lässt. Also ich bin der Letzte, der sich da gegenwärtig. Muss leider aber sagen, was das betrifft, kann ich nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt Bundesliga-Härte hat. Weil wir sehen es bei Lindström. Lindström muss jetzt auch langsam merken, okay, das ist Bundesliga. Wer weiß, wie es bei ihm ist. Also ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich einen großen Drang habe, noch einen kleinen Spieler haben zu wollen, sondern ich will einen haben, der sich mal irgendwie da vorne durchsetzt. Ja, ich denke, man kann festhalten, auf der einen Seite haben wir die Spiele zu selten gesehen im Jugendbereich. Wie gesagt, ich war einmal, habe ich es mir genauer angeguckt und einmal habe ich es mitverfolgt und da war er nicht mehr so gut. Und wie gesagt, ansonsten von den Kollegen, Kolleginnen, die vor Ort waren, habe ich eher sehr gemischtes Feedback. Natürlich mit Potenzial, natürlich, dass die Möglichkeit da ist, aber nicht, dass du ihn jetzt sofort reinsetzen kannst. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen der Eintracht vertrauen, die ja jetzt auch wieder ein bisschen in der Umstrukturierung ist im Jugendbereich. Ich würde erst mal sagen, nehmen ihn ran, nehmen ihn ins Training, aber setzt, liebe Leute, setzt eure Hoffnung nicht auf den Blanko. Das wird ihm auch nicht gerecht und tut ihm nicht gut, weil wenn er dann reinkommt und er macht schlechte Spiele, das ist das Umfeld. Wir haben ein anderes Umfeld. Wir müssen irgendwann vielleicht mal zu einem Umfeld wie Freiburg, wo dann ein Spieler reinkommt und zwei schlechte Spiele macht, aber dann trotzdem beim dritten Mal ein Streich sagt, nee, jetzt bringe ich dich. Und dieses Aufbauen, das können wir glaube ich noch nicht. Da müssen wir hin und dann würde es auch einem Blanko guttun. Aber da müssen wir auch in eine Situation kommen, die uns ein wenig, wie soll ich sagen, keine Probleme überbringt. Noch ganz kurz dazu. Der Ruven, teuer Hörer unserer Sendung, hat mir einen Link geschickt von einem Podcast, den er selber gemacht hat. Und zwar ist es Der Ruf der Hyäne. Und der hat sich mit einer Sportpsychologin getroffen und die reden darüber, wie Sportpsychologie funktioniert, welche Fallstricke es geben kann und die vielleicht auch so ein bisschen die Probleme erklären, die die Frankfurter Eintracht gerade auch so hat, weil vieles, was wir auf dem Feld sehen, spielt sich aber, glaube ich, im Kopf ab. Und ich glaube, ganz, ganz viel davon, was momentan noch nicht rund läuft, gerade bei gestandenen Spielern, wie im Hinteregger auch beispielsweise, wie vielen anderen auch, ein Kamada, der noch nicht bei 100 Prozent ist. Das ist für meinen Dafürhalten begründet in der Vorsaison mit Hütter, der seinen Abgang im Höhepunkt der Eintracht bekannt gegeben hat. Das hat den Knick gegeben und da müssen die jetzt langsam wieder rauskommen. Und ich glaube, am besten kommen sie raus, wenn sie sich zusammenfinden, wenn die zusammen kleine Erfolge feiern und dann gemeinsam, vielleicht auch endlich wieder mit den Fans, Kleinigkeiten bejubeln und sich bis zur Winterpause retten. Das kann helfen und vielleicht ansonsten das Interview, was er mit der Sportpsychologin geführt hat. Das wollte ich noch sagen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich muss dann mich auch gleich verabschieden hier. Ähnlich. Mein Arm fällt auch gleich ab. Ja, alles gut. Ich glaube, Ausblick können wir uns jetzt auch für diese Woche erstmal sparen. Jetzt stehen ja erstmal Länderspiele auf dem Programm. Von daher werden wir uns nächste Woche dann ein bisschen mit dem Ausblick auf Freiburg beschäftigen, was ja der nächste Gegner in zwei Wochen dann ist. Nur kurz die Frage an euch in die Runde. Habt ihr noch etwas für unsere Empfehlungen abseits von dem von Marvin erwähnten Podcast? Ich hätte noch eine. Ja, dann. Ich empfehle den SC Kickers Maffelden für alle Hörerinnen da draußen, die vielleicht Fußball spielen oder Bock haben, Fußball zu spielen. Wir suchen händeringend neue Spielerinnen, weil wir vielleicht auch irgendwann mal aus der Gruppenliga in andere Sphären vorstoßen wollen. Also, wenn ihr ein bisschen kicken könnt und Bock habt, dann schreibt oder kommt vorbei. An wen schreiben? An dich oder gibst du mir gleich noch eine Adresse, die ich hier reinhängen kann? Nö, können gerne an mich schreiben. Ich gebe dir aber auch noch unsere URL von der Webseite. Da stehen auch die Handynummern der Trainer drauf und die Trainingszeiten und da sind auch Bilder von zwei großartigen Mannschaften, bei denen man mitwirken kann. Ja, deswegen. Sehr schön. Also, wer Bock hat zu kicken, call Alex. Wer keinen Bock hat, der erzählt es einfach anderen Leuten, die Bock haben. Wir brauchen. Ist auch eine gute Variante. Genau, also entweder selber kicken oder weitererzählen. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche geschafft, dann kann Basti gleich auch seinen Arm entspannen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das kicken ist ja doppeldeutig. Ja. Ich weiß, was ihr so geplant ist, was ihr habt. Mit dieser Doppeldeutigkeit entlassen wir euch in den Tag, die Nacht, den Morgen, was auch immer, wann ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem Ausblick auf Freiburg. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.